Dieses kleine Schweinchen blieb zu Haus. Hercule Poirot war sich sicher, dass er Meredith Blake auf eine ganz andere Weise anpacken musste als seinen Bruder. Der Angriff musste gemächlich verlaufen. Er musste sich Meredith Blake mit den richtigen Empfehlungsschreiben nähern, Empfehlungen gesellschaftlicher, nicht beruflicher Art. Zum Glück hatte Hercule Poirot im Lauf seines Berufslebens in vielen Grafschaften des Landes Bekanntschaften geschlossen, so auch in Devonshire. Der Brief war von Lady Mary Lytton Gore, einer liebenswürdigen, mittellosen Witwe, die ein sehr zurückgezogenes Leben führte. Meredith Blake empfing Hercule Poirot einigermaßen überrascht. Zum Teufel nochmal, früher waren Privatdetektive Leute, die man verschämt aufsuchte, wenn man sich einer unsauberen Geschichte entledigen wollte. Doch im Empfehlungsschreiben von Lady Lytton Gore stand doch tatsächlich, Hercule Poirot ist ein sehr geschätzter Freund, bitte helfen Sie ihm nach Kräften. Und Mary Lytton Gore war zweifelsohne eine ehrbare Frau. Und hier war der Mann also. Eine unmögliche Erscheinung, falsch gekleidet, Knopfstiefel und ein haarsträubender Schnurrbart. Hat er wahrscheinlich noch nie an einer Jagd teilgenommen, geschweige denn eine anständige Partie Golf gespielt. Ein Ausländer. Leicht amüsiert las Hercule Poirot genau diese Gedanken seinem Gegenüber von der Stirn ab. Meredith Blake war genauso, wie er ihn sich vorgestellt hatte, ein typischer englischer Landedelmann. Alte Tweetjacke, wettergegerbtes Gesicht, wuchernder Schnurrbart. Meredith war das genaue Gegenteil seines Bruders. Er wirkte unentschlossen und sehr gemächlich. Kein Mensch, den man drängen durfte, und auf keinen Fall durfte sich Hercule Poirot als Engländer gebärden. Er musste den Ausländer geben und an die Toleranz seines Gesprächspartners appellieren. Vorsichtig kam Poirot auf den Grund seines Besuchs zu sprechen. Geschickt steuerte er dem erwarteten Rückzug seines Gastgebers entgegen, indem er sagte, das Buch werde in jedem Fall erscheinen, und Miss Crail lege größten Wert darauf, dass er, Poirot, es klug redigiere. Nur so könnten bei einer Veröffentlichung verletzende Indiskretionen vermieden werden. Blake errötete vor Zorn. Es ist ein Skandal, das nach sechzehn Jahren immer noch in diesen alten Geschichten herumgestochert wird. Das finde ich auch, aber was sollen wir tun? Das Publikum verlangt danach. Doch ich bin sehr darauf bedacht, Miss Crails Gefuehle in dieser Sache zu schonen. Die kleine Carla. Eine erwachsene Frau, es ist kaum zu glauben. Sie legt großen Wert darauf, alle Einzelheiten dieses traurigen Geschehens zu erfahren. Aber warum? Es wäre besser, das alles zu vergessen. Das sagen Sie, Mr. Blake, weil Sie die Vergangenheit genau kennen. Miss Crail dagegen weiß nichts. Sie kennt das Geschehen nur aus den öffentlich zugänglichen Akten. Das arme Kind. Was für ein Schock. Und dann diese herzlosen Prozessberichte. Richtig. Es kommt gerade auf die Dinge an, die nicht in den Akten stehen. Die Gefuehle. Der Charakter der Akteure in diesem Drama. Die mildernden Umstände. Poirot hielt inne und der andere setzte wie auf ein Stichwort ein. Das ist es. Wenn es je mildernde Umstände gegeben hat, dann in diesem Fall. Amir's Crail war ein guter Freund, aber sein Verhalten war offen gestanden empörend. Das mag natürlich daran liegen, dass er ein Künstler war. Aber sehen Sie, kein anständiger Mann hätte auch nur für einen Augenblick ein solches Verhalten in Erwägung gezogen. Sie haben recht. Kein wohlerzogener Mann von Welt hätte sich so verhalten. Ja, aber der springende Punkt ist, dass Amir's kein gewöhnlicher Mann war. Für ihn kam seine Malerei immer an erster Stelle. Ich habe diese Künstler nie verstanden. Für Crail hatte ich ein gewisses Verständnis, weil ich ihn schon meinen Lebtag kannte. Er war ein erstklassiger Maler. Die Folge davon war allerdings, dass er, wie soll ich sagen, ein unausgeglichener Mensch war. Wenn er an einem Bild arbeitete, war alles andere unwichtig. Blake sah Poirot fragend an und dieser nickte. Sie verstehen, was ich meine. Nun, dies erklärt auch, warum diese Situation überhaupt entstehen konnte. Er war in das Mädchen verliebt. Er wollte Frau und Kind ihretwegen verlassen. Aber er wollte unbedingt erst das Bild vollenden und machte sich offenbar nicht klar, dass diese Situation für die beiden Frauen völlig unhaltbar war. Hat eine von Ihnen denn Verständnis für seine Haltung aufgebracht? Elsa bestimmt, denn sie war völlig begeistert von seiner Malerei. Aber die Situation war natürlich nicht einfach für sie. Und Caroline ... Er zögerte. Hm, Caroline habe ich immer sehr gern gehabt. Es gab eine Zeit, als ich mir Hoffnungen auf sie machte, aber die wurden schon im Keim erstickt. Trotzdem blieb ich ein ergebener Freund. Schon um ihretwillen müssen sie sein Verhalten doch abgelehnt haben. Gewiss. Ich habe Crail deswegen sogar Vorhaltungen gemacht. Wann war das? Am Tag davor. Bevor alles passierte. Sie waren alle bei mir zum Tee. Ich nahm Crail beiseite und sagte ihm, dass wenn er Elsa wirklich heiraten wolle, hätte er sie nicht ins Haus bringen dürfen. Das sei für Caroline eine unerträgliche Kränkung. Und was antwortete er Ihnen? fragte Poirot. Er sagte, Caroline müsse das schlucken. Keine sehr mitfühlende Antwort. Das war einfach abscheulich. Ich wurde wütend und sagte zu ihm selbst, wenn es ihm offensichtlich egal sei, wie sehr seine Frau unter der Situation leide, sollte er wenigstens auf Elsa Rücksicht nehmen. Er erwiderte, Elsa müsse das ebenfalls schlucken. Dann fuhr er fort. Offenbar begreifst du nicht, Meredith, dass das Bild, das ich in Arbeit habe, das Beste ist, das ich je gemalt habe, und ich lasse mir meine Arbeit nicht von zwei eifersüchtigen Zankweibern kaputt machen. Malerei, sagte ich, bedeute nicht alles. Er fiel mir ins Wort und sagte, für mich schon. Meredith seufzte. Ach, er war ein furchtbarer Egoist. Er gehörte zu der Sorte von Männern, die Frauen nicht ernst nehmen. Ich hätte ihm sagen können, dass Caroline verzweifelt war. Hat sie das Ihnen gegenüber geäußert? Nicht direkt, aber ich sehe immer noch ihren Gesichtsausdruck an diesem Nachmittag vor mir. Sie lachte, aber in ihren Augen lag ein tiefer Schmerz. Sie hatte ein so sanftmütiges Wesen. Schweigend betrachtete Poirot sein Gegenüber. Ganz offensichtlich merkte Meredith Blake nicht, wie wenig seine Schilderung zu einer Frau passte, die nur einen Tag später ihren Gatten vorsätzlich ermordet hatte. Ich hätte Verdacht schöpfen müssen. Caroline war es, die auf meine kleine Liebhaberei zu sprechen kam. Ja, ich muss zugeben, dass mir die Beschäftigung mit Heilpflanzen viel Freude bereitet. An jenem Tag hielt ich meinen Gästen einen Vortrag über Koniin. Ich habe seine Heilwirkung bei Keuchhusten und auch bei Asthma nachgewiesen. Das alles haben Sie Ihren Gästen erzählt? Ja, ich führte sie durch mein Laboratorium und erklärte ihnen verschiedene Kräuter, etwa den schlecht schmeckenden Baldrian und seine Wirkung auf Katzen. Alle hörten sehr interessiert zu. Alle? Wen meinen Sie damit? Nun, also Philipp und Amius und natürlich Caroline, Angela und Elsa. Das waren alle? Wer sollte sonst noch dabei gewesen sein? Vielleicht die Gouvernante? Ach so, nein, an diesem Nachmittag war sie nicht da. Ich habe ihren Namen vergessen, aber sie war sehr nett und nahm ihre Aufgabe sehr ernst. Angela machte es ihr nicht leicht. Wieso? Angela war ein Liebeskind, aber sie hatte immer Unsinn im Kopf. Einmal steckte sie Amius eine Schnecke in den Kragen. Er platzte fast vor Wut. Nach diesem Vorfall bestand er darauf, sie in ein Internat zu schicken. Das heißt aber nicht, dass er sie nicht mochte. Außerdem glaube ich, ja, dass er ein bisschen eifersüchtig auf sie war. Caroline liebte das Kind abgöttisch. Sie hatte ihre Gründe dafür. Weil Caroline sich die Schuld dafür gab, dass das Mädchen entstellt war? Ach, das wissen Sie. Ja, das war wohl der Grund für ihr Verhalten. Sie versuchte wohl alles, um ihre Schuld wieder gut zu machen. Und trug Angela ihrer Halbschwester das nach? Nein, Angela liebte ihre Schwester. Aber Caroline konnte es sich nicht verzeihen. Und wann sollte Angela ins Internat? Zu Beginn des Herbsttrimesters. Wäre die Tragödie nicht passiert, wäre sie wenige Tage später abgereist. Am Morgen des bewussten Tages war noch die Rede davon, dass sie packen müsse. Und die Gouvernante? Was meinen Sie? Wie stand sie dazu? Immerhin verlor sie dadurch ihre Anstellung. Ja, das stimmt. Die kleine Carla hatte ein eigenes Kindermädchen. Sie hätten Miss Williams nicht behalten. Ach, Williams. So hieß sie. Merkwürdig, wie einem die Dinge wieder einfallen, wenn man von der Vergangenheit spricht. Merkwürdig, sie sind ganz in die Vergangenheit eingetaucht, nicht wahr? In gewisser Weise, ja. Aber es gibt Lücken. Ich erinnere mich zum Beispiel an mein Entsetzen, als ich erfuhr, dass er mir Caroline verlassen wollte. Aber ich weiß nicht mehr, ob er oder Elsa es mir erzählte. Ich erinnere mich, dass ich Elsa klarmachen wollte, wie niederträchtig ihr Verhalten war. Aber sie lachte nur dreist und sagte, ich sei altmodisch. Zugegeben, ich bin altmodisch, aber ich finde immer noch, dass ich recht hatte. Ammys hatte Frau und Kind. Er hätte zu ihnen halten müssen. Aber Miss Greer fand diesen Standpunkt veraltet? Ja, vor 16 Jahren war eine Scheidung noch nicht so selbstverständlich wie heute. Aber Elsa wollte unbedingt modern sein und fand, wenn zwei Menschen nicht glücklich miteinander waren, sei es besser, sich zu trennen. Sie sagte, für das Kind sei es viel besser, wenn es nicht in so einer unharmonischen Atmosphäre aufwüchse. Doch irgendwie plapperte sie diese Dinge nur so daher, hatte sie wahrscheinlich aus Büchern. Ach, die Jugend, Monsieur Poirot, die Jugend hat manchmal etwas unendlich Rührendes an sich. Ich weiß, was Sie meinen. Blake fuhr fort, wieder mehr zu sich als zu Poirot sprechend. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum ich Crail zur Rede stellte. Immerhin war er fast 20 Jahre älter als Elsa. Leider habe ich nie gut überzeugen können. Besitzen Sie noch Ihr Laboratorium? Nein, nach allem, was geschehen war, konnte ich nicht weitermachen. Man konnte doch fast sagen, dass ich an allem schuld war. Aber nein, Mr. Blake, Sie sind zu selbstkritisch. Aber verstehen Sie nicht, ich machte Sie auf das verdammte Koniin aufmerksam und las Ihnen in der Bibliothek noch einen Abschnitt aus dem Phaidon über den Tod des Sokrates vor. Ein herrliches Stück Literatur. Aber seit damals verfolgt es mich bis in meine Albträume. Wurden auf der Flasche mit dem Koniin Fingerabdrücke gefunden? Caroline's. Nicht Ihre? Nein, ich hatte die Flasche nicht berührt, nur darauf gezeigt. Aber irgendwann werden Sie die Flasche doch in der Rand gehabt haben. Ja, natürlich. Aber ich staubte die Flaschen von Zeit zu Zeit ab. Die Dienstboten durften das Laboratorium nicht betreten. Das letzte Abstauben lag vier oder fünf Tage zurück. Der Raum war immer abgeschlossen? Ausnahmslos. Wann nahm Caroline Crail das Koniin aus der Flasche? Sie verließ als Letzte den Raum. Ich erinnere mich, dass ich sie rief und sie eilig herauskam. Haben Sie an diesem Nachmittag mit ihr über Ihre Eheprobleme gesprochen? Nicht direkt. Sie war sehr aufgewühlt. Als wir einen Moment allein waren, fragte ich sie, ist etwas nicht in Ordnung, meine Liebe? Und sie sagte, nichts ist in Ordnung. Ach, Sie hätten die Verzweiflung in Ihrer Stimme hören sollen. Sie sprach die volle Wahrheit. Ammias Crail war Carolines ganze Welt. Sie sagte, alles ist aus. Zu Ende. Ich bin am Ende, Meredith. Und dann wandte sie sich lachend den anderen zu. Unvermittelt schlug Meredith Blake mit der Faust auf den Tisch. Und ich sage Ihnen eins, Monsieur Poirot. Als Caroline aussagte, dass sie das Zeug genommen hatte, um sich das Leben zu nehmen, da sprach sie die Wahrheit, das schwöre ich. Zu diesem Zeitpunkt dachte sie nicht an Mord. Dieser Gedanke kam ihr erst später. Sind Sie sich da so sicher? Blake sah ihn verblüfft an. Ich verstehe nicht. Sind Sie sich ganz sicher, dass Caroline Crail ihren Mann vorsätzlich ermordete? Aber wollen Sie damit sagen, dass es ein Unfall war? Nicht unbedingt. Sie haben Caroline als sanftmütiges Wesen beschrieben. Verüben sanftmütige Wesen einen Mord? Sie war sanftmütig. Dennoch gab es sehr heftige Auseinandersetzungen. Caroline gebrauchte manchmal sehr scharfe Worte. Es war nicht außergewöhnlich, dass sie schrie, ich hasse dich, ich wünschte, du wärst tot. Aber das meinte sie nicht so. Dann war es ihrer Meinung nach kaum nachvollziehbar, dass Mrs. Crail einen Mord beging? Sie haben eine sehr seltsame Art, Dinge auszudrücken, Monsieur Poirot. Ich kann nur sagen, dass, ja, dass es für mich kaum nachvollziehbar ist. Ich kann mir das nur mit der extremen Kränkung erklären, die sie erlitt. Unter diesen Umständen kann eine Frau durchaus, muss, nun, zur Mörderin werden. Poirot nickte zustimmend. Sie sind also fest davon überzeugt, dass Caroline Crail im juristischen Sinn die Täterin war. Meredith Blake sah ihn verblüfft an. Mein Verehrtester, wenn sie es nicht getan hat. Ein Unfall? Unmöglich. Ganz unmöglich. Selbstmord? Völlig unglaubhaft. Sicher. Was also bleibt? fragte Meredith Blake. Poirot erwiderte kühl, es bleibt die Möglichkeit, dass Amir's Crail von jemand anderem umgebracht wurde. Aber das ist absurd. Wer hätte ihn töten wollen? Das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich. Blake sah ihn eine Weile schweigend an, dann schüttelte er den Kopf. Ich würde nur zu gern an Carolines Unschuld glauben, aber wer sonst hätte es gewesen sein sollen? Philip? Crails bester Freund? Elsa? Lächerlich. Ich? Siehe ich aus wie ein Mörder? Eine unbescholtene Gouvernante? Oder Angela? Nein, Monsieur Poirot, niemand außer seiner Frau hätte Amir's umbringen können. Aber er trieb sie dazu. In gewisser Weise war das auch eine Art Selbstmord. Haben Sie je darüber nachgedacht, Mr. Blake, dass die Ursache für einen Mord beinahe immer beim Ermordeten selbst liegt? Nein, aber ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen. Erst wenn Sie wissen, was für ein Mensch das Opfer war, können Sie die Umstände eines Mordes klar erkennen. »Wonach ich strebe, ist eine Rekonstruktion des Menschen Amir's Crail, und Sie und Ihr Bruder haben mir dabei geholfen.« »Philip, Sie haben auch mit ihm gesprochen?« »Natürlich.« »Ach, Sie hätten erst zu mir kommen müssen.« Meredith Blake biss sich auf die Lippe. »Philip ist so voreingenommen. Bestimmt hat er versucht, sie gegen Caroline einzunehmen.« »Würde das nach so langer Zeit eine Rolle spielen?« »Ich weiß, man kann Caroline nicht mehr wehtun. Dennoch möchte ich nicht, dass Sie einen falschen Eindruck bekommen. Sie müssen wissen, dass zwischen Philipp und Caroline immer eine gewisse Abneigung herrschte.« »Warum?« »Woher soll ich das wissen?« »So etwas gibt es eben. Philipp war, glaube ich, sehr verärgert darüber, dass Amir's sie heiratete. Danach besuchte er sie über ein Jahr lang nicht mehr. Wahrscheinlich hatte er Angst, dass Carolines Einfluss ihrer Freundschaft schaden könnte.« »Und? War es so?« »Aber nein. Amir's hatte Philipp genauso gern wie eh und je. Bis zu seinem Ende.« Wie reagierte ihr Bruder auf die Affäre mit Elsa? »Ich glaube, er ärgerte sich, weil Amir's sich zum Narren machte. Gleichzeitig kam es mir so vor, als würde er Caroline gegenüber eine gewisse Schadenfreude empfinden.« »Wirklich?« »Ach, Sie dürfen mich nicht falsch verstehen. Ich glaube, das war ihm nicht wirklich bewusst.« »Und nach der Tragödie?« »Er war völlig gebrochen. Er hat Amir's wie einen Helden vergöttert. Ja, er hegte einen bitteren Groll gegenüber Caroline.« »Dann hatte er keinerlei Zweifel?« »Keiner von uns zweifelte daran.« »Schweigen.« Dann sagte Meredith Blake in einem gereizten Ton. »Es war alles längst vergessen. Und jetzt kommen Sie und wühlen alles wieder auf.« »Nicht ich.« »Caroline Crail.« »Caroline Crail.« Meredith starrte ihn an. »Wie meinen Sie das?« Poirot erwiderte, wobei er ihn genau beobachtete, »Caroline Crail die Zweite.« »Ach so, das Kind. Für einen Moment habe ich Sie missverstanden.« Sie dachten, ich meinte die eigentliche Caroline. Sie wissen, dass sie ihre Tochter schrieb. Es waren ihre letzten Worte, dass sie unschuldig sei? »Das soll Caroline geschrieben haben?« »Ja.« »Überrascht Sie das?« »Sie wären genauso überrascht, wenn Sie sie vor Gericht erlebt hätten. Ein hilfloses Geschöpf, das nicht einmal um sich kämpfte.« Sie hatte resigniert. »Nein, ich denke, es war das Bewusstsein, dass sie den Mann, den sie liebte, getötet hatte. Oder so kam es mir damals jedenfalls vor.« »Jetzt sind Sie nicht mehr sicher?« »Im Angesicht des Todes so etwas zu schreiben?« »Vielleicht nur eine fromme Lüge?« »Das hätte nicht zu ihr gepasst.« Hercule Poirot nickte. Carla Le Marchand hatte dasselbe gesagt. Meredith Blake sagte zögernd, »Ich kann mir nicht vorstellen, wer sonst außer Caroline...« Er wandte sich mit scharfen Worten an Poirot. »Und Sie? Was glauben Sie?« Bis jetzt sammle ich nur Eindrücke. Was für ein Mensch Caroline Crail war. Was für ein Mensch Amir's Crail war. Wie die anderen Beteiligten damals waren. All diese Informationen benötige ich. Ihr Bruder will mich bei dieser Arbeit unterstützen. Er wird mir einen Bericht über die damaligen Geschehnisse schicken. Philipp ist ein sehr beschäftigter Mann. Er vergisst die Dinge, sobald sie vorbei sind. Wahrscheinlich wird er sich an alles ganz falsch erinnern. Mir ist bewusst, dass der Bericht lückenhaft sein wird. Wenn Sie wollen, könnte ich ebenfalls einen Bericht schreiben. Eine Art Abgleich. Eine ausgezeichnete Idee. Jedes Detail kann helfen, die Atmosphäre von damals einzufangen. Ja, ich verstehe. Es muss schwierig sein, sich Menschen und Orte vorzustellen, die man noch nie gesehen hat. Poirot nickte. Ich habe noch eine Bitte. Das Anwesen Alderbury liegt doch direkt in der Nachbarschaft. Wäre es wohl möglich, dort hinzugehen, damit ich mit eigenen Augen sehe, wo sich die Tragödie abgespielt hat? Sicher. Aber natürlich hat sich dort viel verändert. Ist es umgebaut worden? Ein Verein hat das Anwesen erworben und betreibt dort eine Jugendherberge. Sie müssen den ehemaligen Zustand für mich rekonstruieren. Ich werde mir Mühe geben. Mr. Blake führte Poirot eine abschüssige Wiese hinunter. Wer hat damals den Verkauf veranlasst? Der Nachlassverwalter. Carle hat alles geerbt. Da er mir kein Testament hinterließ, ist alles automatisch an seine Frau und sein Kind gefallen. Und Caroline hat ihr Vermögen ebenfalls dem Kind hinterlassen. Und nichts ihrer Halbschwester? Angela besaß ein eigenes Vermögen, das sie von ihrem Vater geerbt hatte. Aha, sagte Poirot und rief dann überrascht. Aber wir gehen ja direkt zum Strand. Ja, dort ist eine Bucht. Camel Creek. Wenn man über Land nach Alderbury will, muss man sie erst ganz umrunden. Viel kürzer ist es quer übers Wasser. Alderbury liegt genau gegenüber. Dort hinter den Bäumen können Sie es schon sehen. Sie hatten den schmalen Strand erreicht, an dem zwei Boote lagen. Blake zog, von Poirot unbeholfen unterstützt, das eine Boot ins Wasser. Dann ruderten sie zur anderen Seite. In den alten Zeiten nahmen wir fast immer diesen Weg. Blake legte geschickt an der Ufermauer an, half seinem Gast beim Aussteigen und schlug dann einen steil aufwärts führenden Pfad ein. Ach, herrliche April-Sonne heute. Damals war auch so ein schöner Tag. Mehr wie im Juli, obwohl es schon September war. Er zeigte nach oben. Direkt über uns ist der Wallgarten. Sie gelangten unter Bäume, dann ging es um eine scharfe Biegung und sie standen plötzlich vor einer in eine hohe Mauer eingelassenen Pforte. Der Pfad führte in Serpentinen weiter bergauf, doch Meredith öffnete die Pforte und die beiden traten hindurch. Nach dem schattigen Wäldchen war Poirot im ersten Moment wie geblendet. Der Wallgarten erweckte den Eindruck, als ragte er über den Strand direkt ins Meer hinaus. »Ein hübsches Fleckchen Erde«, sagte Meredith Blake und deutete mit dem Kinn verächtlich zu einer Art Pavillon. »Das war früher natürlich noch nicht da. Damals gab es nur einen alten Schuppen, in dem Ammius seine Mahlutensilien und ein paar Flaschen Bier aufbewahrte.« Seine Stimme schwankte ein wenig. Poirot fragte, »Hier ist es also geschehen?« Meredith Blake nickte. Da drüben stand die Bank, auf der er lag. Beim Malen legte er sich öfter darauf, warf sich einfach auf den Rücken und starrte sein Bild an. Und dann sprang er wieder auf und legte wie ein Verrückter eine Farbschicht nach der anderen auf. Meredith Blake machte eine kurze Pause. Deshalb sah es beinahe normal aus, als würde er schlafen. Aber seine Augen waren geöffnet und er war ganz steif. Das Gift hat eine lähmende Wirkung, man empfindet keinen Schmerz. Das war immer eine Erleichterung für mich. Poirot fragte etwas, was er bereits wusste. »Wer hat ihn gefunden?« »Caroline, nach dem Mittagessen. Elsa und ich waren wahrscheinlich die Letzten, die ihn lebend gesehen haben. Das Gift hatte wohl schon angefangen zu wirken, aber ich möchte nicht darüber sprechen. Ich schreibe es auf. Das ist für mich einfacher.« Jäh drehte er sich um. Poirot folgte ihm schweigend. Die beiden Männer wanderten den Zickzackpfad bergauf. Etwas oberhalb des Wallgartens kamen sie zu einem weiteren von Bäumen beschatteten Plateau mit einer Bank. Blake sagte, »An jenem Vormittag saß ich hier. Man konnte damals die Brustwehr des Wallgartens deutlich erkennen. Dort saß Elsa.« Er zuckte kaum merklich mit den Achseln. »Kommen Sie. Wir gehen zum Haus hinauf.« Es war ein schönes, altes Gebäude im georgianischen Stil, das mit einem Anbau erweitert worden war. »Ich nehme nicht an, dass Sie sich hier umsehen wollen. Sämtliche Zimmer sind umgebaut worden.« Unvermittelt wandte er sich ab. »Wir nehmen einen anderen Weg zurück. Alles taucht wieder auf. Gespenster. Überall Gespenster.« Als Sie wieder auf Handcross Manor waren, sagte Meredith Blake mit einem Mal, »Ich habe das Bild gekauft. Mir war der Gedanke einfach unerträglich, dass eine Menge Leute mit schmutziger Fantasie es anstarren würden. Amirs hielt es für das beste Bild, das er je gemalt hatte. Wahrscheinlich hatte er recht. Es war nahezu fertig. Wollen Sie es sehen?« »Selbstverständlich.« Blake führte ihn durch die Halle und schloss eine Tür auf, die in ein großes Zimmer führte. Er öffnete die Klappläden und stieß einen Fensterflügel auf. Ein Hauch frischer Frühlingsluft strömte herein. Poirot war klar, um welchen Raum es sich handelte. Die Regale waren leer, aber es waren noch die Abdrücke der Flaschen zu sehen. Alles war mit einer dicken Staubschicht bedeckt. Meredith Blake sagte, »Ach, wie leicht die Erinnerung zurückkommt. Ich stand hier am Fenster, den Duft des Jasmins in der Nase, und redete unaufhörlich über meine kostbaren Heil-Säfte, ich verdammter Idiot.« Gedanken verloren streckte Poirot die Hand aus dem Fenster und streifte ein paar Blätter vom alten Jasmin-Gehölz ab. Meredith Blake ging mit energischen Schritten zur gegenüberliegenden Wand, an der ein verhülltes Bild hing. Mit einem Rock riss er das Tuch herunter. Poirot hielt den Atem an. Das Gemälde zeigte ein Mädchen in einem kanariengelben Sporthemd und einer dunkelblauen Hose. Es saß im grellen Sonnenlicht auf einer grauen Mauer, im Hintergrund das intensivblaue Meer. Das Licht besaß eine ungewöhnliche, verstörende Klarheit und Brillanz, und das Mädchen so viel jugendliche Leidenschaft. Das also hatte Emmys in Elsa gesehen. Das hatte ihn blind und taub für seine Frau gemacht. Elsa verkörperte das Leben, die Jugend. Ein prächtiges, schlankes, aufrechtes Geschöpf, den Kopf arrogant zur Seite gewandt, der Blick dreist und triumphierend. So sah sie den Betrachter an, beobachtete ihn, lauerte. Poirot murmelte, großartig, einfach großartig. Meredith Blakes Stimme war belegt. Sie war so jung. Poirot dachte, was ist damit gemeint, so jung? Das soll unschuldig, reizvoll, hilflos heißen. Aber Jugend, das bedeutet maßlos, stark, mächtig. Und grausam. Und es bedeutet auch verwundbar. Er folgte seinem Gastgeber zur Tür. Sein Interesse an Elsa Greer war noch gewachsen. Er wollte sie als nächste aufsuchen. Er sah sich noch einmal nach dem Bild um. Diese leidenschaftlichen Augen. Sie beobachteten ihn, sagten ihm etwas. Wie sahen die Augen von Elsa Greer heute aus? Nach einem letzten Blick auf das Bild verließ er den Raum. Er dachte, in ihr steckte zu viel Lebendigkeit. Eine leichte Furcht überkam ihn. Dieses kleine Schweinchen aß einen Rinderschmaus. Auf den Fensterbänken des eleganten Hauses in der Brook Street blühten Tulpen. Ein Butler nahm Poirot Hut und Stock ab und murmelte ehrerbietig. Würden Sie mir bitte folgen, Sir? Poirot wurde zwei Treppen hinaufgeführt. Die Gänge waren in dezentes Licht getaucht. Geld. Überall Geld. Geschmack jedoch weniger. Poirot dachte an den Kinderreim. Ja, dieses kleine Schweinchen aß den Rinderschmaus. Die Hausherrin stand am Kamin, als er angekuendigt wurde. Unwillkuehlich musste Poirot an ein Zitat denken. Sie starb jung. Das dachte er, als er Elsa Dittesham, der einstigen Elsa Greer, gegenüberstand. Nach dem Gemailde, das Meredith Blake ihm gezeigt hatte, hette er sie niemals wiedererkannt. Die Frau vor ihm sah aus, als waere sie niemals jung gewesen. Elsa war eine bildschöne Frau, viel schöner als auf dem Gemailde von Crail. Doch sie hatte nichts von jener Julia, die Mr. Jonathan heraufbeschworen hatte. Aber war nicht das Wesentliche an der Figur der Julia, dass sie so früh sterben musste? Elsa Greer hatte weiterleben muessen. Ihre Stimme klang gleichgueltig, als sie ihn begrueßte. Ich bin ja so gespannt, Monsieur Poirot. Nehmen Sie bitte Platz und sagen Sie mir, was ich für Sie tun kann. Es interessiert Sie gar nicht, dachte Poirot. Nichts interessiert Sie. Große, graue Augen, wie tote Tümpel. Poirot betonte wieder bewusst seine ausländischen Wurzeln. Ich bin bestuerzt, Madame, aufrichtig bestuerzt. Aber warum denn? Weil mir klar geworden ist, dass die Rekonstruktion der Vergangenheit ausgesprochen schmerzhaft fuer sie sein muss. Sie sah ihn belustigt an. Sie muessen wissen, dass mein Vater als Fabrikarbeiter angefangen hat. Er hat sich nach oben gearbeitet und ein Vermoegen gemacht. Für so einen Weg braucht man eine dicke Haut. Ich bin genau wie er. Ja, das stimmt, dachte Poirot. Ein dünnhäutiger Mensch hätte sich nicht in Caroline Crails Haus eingenestet. Was genau wollen Sie von mir? Wird es bestimmt nicht zu schmerzhaft fuer sie sein, um der Vergangeneid zu ruehren? Sie dachte eine Weile nach. Und Poirot kam der Gedanke, dass Lady Dittisham ein sehr aufrichtiger Mensch war. Sie mochte aus Not luegen, aber niemals aus freien Stuecken. Nein, schmerzhaft nicht. Im Grunde genommen wuenchte ich, es waere so. Warum? Es ist blödsinnig, nie etwas zu empfinden. Ja, Elsa Greer ist tot, dachte Poirot. Laut sagte er, jedenfalls erleichtert mir das meine Aufgabe außerordentlich. Also, was wollen Sie wissen? Und es wird bestimmt nicht zu schmerzhaft fuer sie sein, die damaligen Ereignisse im Detail durchzugehen? Aber nein, Dinge tun nur weh, waehrend sie sich ereignen. Mein Gott, wenn ich mir vorstelle, wie dieser brutale Anwalt de Plietsch damals auf mich losgegangen ist. Er ist ein wahrer Teufel. Aber ich habe es genossen. Er hat mich nicht klein gekriegt. Sie laechelte. Ich hoffe, ich zerstöre nicht ihre Illusionen. Als ein Mädchen von zwanzig Jahren hätte ich mich wahrscheinlich vor Scham winden muessen. Aber mir war es egal, wie die Leute ueber mich sprachen. Mir war nur eins wichtig. Was? Dass sie gehengt wuerde, natuerlich. Poirot schwieg. Sie halten mich fuer rachsuechtig? Nun, wenn man mich verletzt, bin ich rachsuechtig. In meinen Augen war diese Frau das niedertraechtigste, was man sich vorstellen kann. Sie wusste, dass Emys mich liebte, und sie tue tue tete ihn, damit ich ihn nicht bekaeme. Sie haben fuer Eifersucht kein Verstaendnis? Kein Mitgefuehl? Nein, ich glaube nicht. Man muss akzeptieren, wenn man verloren hat. Wenn man einen Mann nicht halten kann, laest man ihn mit Anstand ziehen. Vielleicht haeten sie es verstanden, wenn sie mit ihm verheiratet gewesen wuerden. Ich glaube nicht. Ich moechte eins klarstellen, Monsieur Poirot. Es war nicht so, dass Emys ein unschuldiges, junges Ding verfuhrte, ganz und gar nicht. Ich war die Aktive von uns beiden. Ich lernte ihn kennen, und ich wusste, dass ich ihn haben musste. Obwohl er verheiratet war? Ein Stück Papier ist kein Garantieschein. Wenn er mit seiner Frau unglücklich und mit mir glücklich war, warum nicht? Wir leben nur einmal. Aber es heisst, seine Ehe sei glücklich gewesen? Nein, sie hat ständig an ihm herumgenorgelt. Sie war... Ach, schrecklich! Eine hassenswerte Frau. Es war eine große Traguedie. Ja, da haben sie recht. Lady Dittesham wandte sich ihm abrupt zu. In die müde Gleichguiltigkeit ihrer Zuege kam etwas Leben. Das hat mich umgebracht, verstehen Sie? Mich hat es getoetet. Seitdem habe ich nichts mehr. Gar nichts. Ihre Stimme wurde tonlos. Leer. Wie ein ausgestopfter Fisch in einem Glaskasten. Hat Ammius Crail so viel für sie bedeutet? Sie nickte, eine beinahe vertrauensvolle, kleine Geste, seltsam anröhrend. Ich glaube, man sollte sich ein Messer in die Brust stechen, wie Julia. Aber damit würde man die Niederlage eingestehen, dass das Leben einen besiegt hat. Und stattdessen? Alles müsste sein wie zuvor, wenn man darüber hinweg ist. Ich kam darüber hinweg. Ich dachte, ich könnte einfach weitermachen. Ja, einfach weitermachen. Poirot sah sie deutlich vor sich, wie sie verzweifelt versuchte, diesen harten Entschluss umzusetzen. Er sah eine reiche und verführerische Frau, die ein leeres Leben zu füllen suchte. Heldenverehrung. Erst die Heirat mit einem beruehmten Flieger, dann mit einem Forschungsreisenden, dann die Rueckkehr zum Kreativen in der aktuellen Ehe mit Lord Dittesham, einem Mitglied des Hochadels und ein angesehener Dichter. Ich war nie eine Heuchlerin, Monsieur Poirot. Ich habe mir genommen, was ich wollte, aber ich war auch immer bereit, den Preis dafür zu zahlen. Doch es gibt Dinge, die nicht käuflich sind. Unsinn. In ihrer Stimme schwang die Arroganz des erfolgreichen Fabrikarbeiters. Poirot betrachtete die müden Augen und dachte voller Mitleid an das Mädchen, das Crail gemalt hatte. Erzählen Sie mir alles über das Buch. Was ist der Zweck? Ach, gnädigste, welchen anderen Zweck sollte es haben, als die Skandalgeschichte von gestern in neuer Aufmachung zu präsentieren? Aber Sie sind kein Schriftsteller? Nein, ich bin ein Fachmann für Verbrechen und handle in diesem Fall in einem Auftrag. In wessen? Miss Carla Le Marchant. Wer ist das? Die Tochter von Emmys und Caroline Crail. Elsa starrte ihn einen Moment lang an. Ach, natürlich das Kind. Ich würde sie gern kennenlernen. Darauf legt sie möglicherweise keinen Wert. Warum? fragte Elsa überrascht. Ach so, aber das ist Unsinn. Sie kann sich unmöglich an etwas erinnern. Sie weiß, dass ihre Mutter wegen Mordes an ihrem Vater verurteilt wurde. Und sie glaubt, ich sei schuld daran? Das ist nicht auszuschließen. Wie dumm. Hätte Caroline sich wie ein vernünftiger Mensch benommen, dann fühlen sie sich gar nicht verantwortlich. Warum sollte ich? Ich habe ihn geliebt. Ich hätte ihn glücklich gemacht. Sie sah Poirot an, und plötzlich sah er das Mädchen aus dem Bild. Wenn ich es Ihnen nur erklären könnte, wenn Sie es mit meinen Augen sehen könnten, genau das möchte ich. Sehen Sie, Mr. Philip Blake schreibt einen ausführlichen Bericht der Ereignisse für mich auf. Ebenso Mr. Meredith Blake. Wenn Sie, ach, Philip war immer ein Dummkopf, und der liebe Meredith trottete hinter Caroline her. Ihre Berichte werden Ihnen kaum einen wahren Eindruck verschaffen. Poirot sah, wie sich ihre Augen belebten. Möchten Sie die Wahrheit? Aber nicht für die Veröffentlichung, nur für Sie. Ich verpflichte mich nichts, ohne ihre Zustimmung zu veröffentlichen. Alles niederschreiben, Ihnen darstellen, wie sie war. Ihre Augen blitzten, ihre Brust hob und senkte sich leidenschaftlich. Sie hat ihn getötet. Er mir ist der das Leben liebte. Hass sollte nicht stärker als Liebe sein, aber Ihr Hass war stärker. Und mein Hass auf Sie... Ich werde Ihnen etwas zeigen. Lady Dittisham eilte durch das Zimmer und schloss einen Schreibtisch auf. Dann kam sie zurück, in der Hand einen zerknitterten Brief, die Tinte verblasst. Sie reichte ihm den Brief. Stolz und zugleich ängstlich, wie ein Kind, erwartete sie seine Reaktion. Elsa, es hat nie etwas Schöneres gegeben als Dich. Aber ich fürchte, ich bin zu alt für Dich, ein alter, wankelmütiger Teufel. Vertraue mir nicht, ich tauge nichts. Das Beste von mir steckt in meinen Bildern. Sage also nicht, ich hätte Dich nicht gewarnt. Zum Teufel, meine Liebste, ich werde Dich trotzdem haben. Ich würde für Dich durch die Hölle gehen, und das weißt Du, und ich werde ein Bild von Dir malen, bei dem die hirnlose Welt ihr Maul aufreißen wird. Ich bin verrückt nach Dir, Elsa. Elsa, ich bin Dein für immer, Dein bis in den Tod. Ammius. Sechzehn Jahre war das her. Poirot sah die Frau an, an die die Worte gerichtet waren, und er sah ein verliebtes junges Mädchen. Er sah Julia. Dieses kleine Schweinchen bekam keinen. Darf ich fragen, warum, Monsieur Poirot? Erkühl Poirot spürte den Blick der gescheiten grauen Augen. Er war bis ins oberste Stockwerk des kahlen Mietblocks gestiegen und hatte an die Tür Nummer 584 geklopft. Es war offensichtlich, dass Cecilia Williams am Existenzminimum lebte. Hier gab es keinen Rinderschmaus, hier lebte das kleine Schweinchen, das keinen bekommen hatte. Mit klarer Stimme wiederholte Miss Williams ihre Frage. Sie wollen wissen, was ich vom Fall Crail noch im Gedächtnis habe? Darf ich fragen, warum? Manche Freunde Poirots behaupteten, er scheue sich nicht, sein Ziel mithilfe ausgeklügelter Lügen zu erreichen. Doch im vorliegenden Fall entschied sich Poirot anders. Denn Miss Williams besaß jene Gabe, die jede erfolgreiche Erzieherin besitzen muss, Autorität. Daher verzichtete Poirot auf ausschweifende Erklärungen zu einem Buch über Verbrechen der Vergangenheit und berichtete einfach von Carla Lemarchans Besuch und ihrem Anliegen. Die kleine alte Dame hörte aufmerksam zu und sagte dann, es interessiert mich sehr, zu erfahren, was aus dem Kind geworden ist. Sie ist eine attraktive junge Frau, die mit Mut und Selbstbewusstsein ausgestattet ist. Gut, hat sie künstlerische Ambitionen? Ich glaube nicht. Dafür kann man Gott nur danken. Sie war vermutlich noch sehr jung, als Sie sie das letzte Mal sahen. Sie war fünfeinhalb Jahre alt, ein reizendes Kind, vielleicht etwas zu ruhig. Es war ein Glück, dass sie noch so klein war. Da haben Sie recht. Wäre sie älter gewesen, hätte sich die Tragödie negativ auf ihre Entwicklung auswirken können? Trotzdem war es sicher nicht leicht für Sie. Zumal es da noch eine weitere Nuance gibt, die ich nicht klar definieren kann. Jedes Mal, wenn ich es erwähne, fällt die Antwort irgendwie überrascht aus. Als hätte die angesprochene Person die Existenz des Kindes ganz und gar vergessen. Das ist doch nicht normal, Mademoiselle. Finden Sie nicht? Sie haben da einen wichtigen Punkt angesprochen, Monsieur Poirot. Miss Williams beugte sich vor. Viele Kinder leiden unter einer Art Gluckenverhalten ihrer Eltern, dass ihnen unbewusst zu viel wird. Es gibt jedoch auch den Fall, dass sich die Eheleute selbst genug sind und das Kind für sie kaum existiert. Verstehen Sie mich nicht falsch, Mrs. Crail war das, was man eine vorbildliche Mutter nennt, immer um Carlas Wohl besorgt. Dennoch war Mrs. Crail nur für ihren Mann da. Sie existierte sozusagen nur durch ihn und für ihn. Hier machte Miss Williams eine kurze Pause, bevor sie ruhig fortfuhr. Ich glaube, dies erklärt auch ihre spätere Tat. War er ihr genauso zugetan, wie sie ihm? Sie liebten sich sehr, aber er war natürlich ein Mann. Poirot schmunzelte. Die alte Jungfer entpuppte sich als grimmige Frauenrechtlerin. Sie haben Amir's Crail nicht gemocht? Das kann man wohl sagen. Und ich habe auch sein Verhalten nicht gebilligt. Wäre ich seine Frau gewesen, hätte ich ihn verlassen. Es gibt Dinge, die keine Frau hinnehmen sollte. Aber Mrs. Crail nahm sie hin? Ja. Und Sie fanden das falsch? Ja, eine Frau sollte eine gewisse Selbstachtung besitzen. Haben Sie Mrs. Crail jemals etwas dergleichen gesagt? Das stand mir nicht zu. Mochten Sie Mrs. Crail? Ich hatte sie sehr gern und sie tat mir sehr leid. Und Ihre Schülerin, Angela Warren? Undiszipliniert, in vieler Hinsicht schwer zu lenken, aber eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Ich habe immer gehofft, dass sie es zu etwas bringen würde. Und das hat sie. Ja, ich bin sehr stolz auf Angela. Ich war nur zweieinhalb Jahre in Alderbury, aber ich bilde mir ein, ihr Interesse an der Archäologie geweckt zu haben. Ich habe gehört, dass sie auf ein Internat geschickt werden sollte. Sicher waren Sie gegen diese Entscheidung. Ganz im Gegenteil, Monsieur Poirot. Die häusliche Situation war für Angela nicht gerade ideal. Mrs. Crail verwöhnte sie sehr, was unweigerlich zu Zusammenstößen mit Mr. Crail führte. Er hatte das Mädchen wirklich gern, aber es gab Augenblicke, in denen er seiner Frau verübelte, dass sie sich so um Angela kümmerte. Er war wie alle Männer ein verwöhntes Kind. Dann kam es zu heftigen Krächen zwischen ihm und Angela, in denen Mrs. Crail meist Angelas Partei ergriff. Das machte ihn sehr wütend. Wenn sich Mrs. Crail jedoch auf seine Seite stellte, wurde Angela wütend und spielte Mr. Crail manchen bösen Streich. Zum Beispiel hatte er die Angewohnheit, sein Glas in einem Zug zu leeren, und einmal hat sie eine Menge Salz hineingeschüttet. Er wurde fuchsteufelswild. Als sie ihm schließlich einige Schnecken ins Bett legte, obwohl er eine krankhafte Aversion gegen Schnecken hatte, brachte das das Fass zum Überlaufen. Er war außer sich vor Wut und sagte, sie müsse in ein Internat. Das alles gab der Stimmung dieses Sommers eine gewisse Färbung zu allem anderen, was sich damals abspielte. Sie sprechen von Elsa Graham. Was hielt denn sie von ihr? Sie war eine durch und durch gewissenlose Frau. Sie war noch sehr jung. Alt genug. Es gibt für mich keinerlei Entschuldigung für ihr Verhalten. Sie hatte sich offenbar in ihn verliebt. Ich setze darauf, Monsieur Poirot, dass wir unsere Gefühle in den Grenzen des Anstands halten können. Dieses Mädchen hatte überhaupt keine Moral. Sie war völlig schamlos, kalt und zielstrebig. Vielleicht kam sie aus einem schlechten Elternhaus. Das wäre die einzige Entschuldigung, die ich für sie habe. Der Tod von Mr. Crale muss ein fürchterlicher Schock für sie gewesen sein. Das war er allerdings. Und es war allein ihre Schuld. Ich möchte wahrhaftig keinen Mord rechtfertigen, aber, Monsieur Poirot, wenn je eine Frau dazu getrieben wurde, dann Caroline Crale. Ich gestehe offen, dass es Augenblicke gab, wo ich die beiden am liebsten selbst umgebracht hätte. Kein Mann darf seine Frau ungestraft so behandeln. Sein Tod war die gerechte Strafe. Sie haben eine sehr entschiedene Meinung. Miss Williams sah ihn mit eiserngrauen Augen an. Mrs. Crale war eine liebende und treue Gattin. Ihr Mann hat sie bewusst missachtet und seine Geliebte ins Haus gebracht. Er hat seine Frau über das Maß des Erträglichen gequält. Ich werfe ihr nicht vor, was sie getan hat. Zugegeben, er hat sich sehr schlecht benommen, sagte Poirot langsam. Vergessen Sie nicht, dass er ein großer Künstler war. Ein Künstler? Das entschuldigt ein zügelloses Leben, Trunkenheit, Raufereien und Untreue. Und was bleibt letzten Endes von dem Künstler Crale? Er konnte nicht einmal richtig zeichnen. Ich weiß, wovon ich spreche, Monsieur Poirot. Für jemanden, der die alten Meister schätzt, ist das Geschmiere von Mr. Crale geradezu lächerlich. Poirot sah ein, dass das Thema Kunst für Miss Williams beendet war. Sie waren dabei, als Mrs. Crale den Leichnam entdeckte? Ja, wir gingen nach dem Mittagessen gemeinsam hinunter. Angela hatte ihren Pullover am Strand vergessen. An der Pforte zum Wallgarten trennte ich mich von Mrs. Crale, aber sie rief mich beinahe sofort wieder zurück. Mr. Crale lag ausgestreckt auf der Bank, neben seiner Staffelei. War Mrs. Crale sehr aufgeregt? Sie wirkte auf mich recht verstört. Sie schickte mich ins Haus, um den Arzt zu rufen. Ich war auf halbem Weg, als Mr. Meredith Blake mir entgegenkam. Ich übertrug ihm den Auftrag und kehrte zu Mrs. Crale zurück. Ich fürchtete, sie könnte zusammengebrochen sein. Männer sind in so einer Situation nicht zu gebrauchen. Und war sie zusammengebrochen? Mrs. Crale hatte sich vollständig unter Kontrolle, ganz anders als Miss Greer, die eine hysterische Szene machte. Was für eine Szene? Sie versuchte, Mrs. Crale anzugreifen. Sie machte Mrs. Crale also für den Tod von Mr. Crale verantwortlich? Miss Williams überlegte einen Moment. Nein, dieser schreckliche Verdacht war noch nicht aufgekommen. Miss Greer rief lediglich aus, das ist deine Schuld, Caroline, du hast ihn umgebracht. Sie sagte nicht, du hast ihn vergiftet, aber ich zweifle nicht daran, dass sie das dachte. Und Mrs. Crale? Sie wirkte wie betäubt. Ja, und ich glaube auch erschrocken, aber das ist nur natürlich. Ja, vielleicht ist das nur natürlich. Welche Erklärung hatte sie selbst für den Tod ihres Mannes? Sie sagte von Anfang an, dass es nur Selbstmord gewesen sein konnte. Glaubten Sie das auch? Nein, aber Sie müssen verstehen, dass ich voll und ganz auf Mrs. Crales Seite stand, Monsieur Poirot. Meine Sympathien galten ihr, nicht der Polizei. Sie hätten sich einen Freispruch für sie gewünscht? Ja, das hätte ich. Dann haben Sie auch Verständnis für die Gefühle Ihrer Tochter? Ich habe volles Verständnis für Carla. Hätten Sie etwas dagegen, einen Bericht über die Tragödie niederzuschreiben? Sie meinen, für Carla? Ja. Langsam sagte Miss Williams, das kann ich machen. Ist sie denn fest entschlossen, den Fall wieder aufzurollen? Ja, obwohl ich es vorgezogen hätte, sie mit der Wahrheit zu verschonen. Nein, es ist immer besser, sich der Wahrheit zu stellen. Wenn sie alles weiß, kann sie es auch vergessen und ihr eigenes Leben wieder aufnehmen. Sie möchte nicht nur wissen, was geschehen ist, sie möchte beweisen, dass ihre Mutter unschuldig ist. Oh, das arme Kind. Es kommt für sie nicht in Betracht, dass Mrs. Crale unschuldig sein könnte? Diese Möglichkeit ist meines Wissens nie ernsthaft in Erwägung gezogen worden. Wissen Sie, dass Mrs. Crale kurz vor ihrem Tod ihrer Tochter einen Brief schrieb, in dem sie feierlich schwört, dass sie unschuldig ist? Miss Williams starrte ihn an. Das war falsch von ihr. Finden Sie? Gewiss. Warum hat sie in der Stunde ihres Todes eine Lüge niedergeschrieben? Um dem Kind Kummer zu ersparen? Ja, das würden viele Frauen tun, aber von Mrs. Crale hätte ich das nicht angenommen. Sie war eine wahrheitsliebende Frau. Ich hätte eher von ihr erwartet, dass sie ihre Tochter bittet, sie nicht zu verurteilen. Sie halten es also für unvorstellbar, dass Caroline Crale die Wahrheit schrieb. Ganz und gar. Und doch behaupten sie, sie gemocht zu haben. Ich empfand eine große Zuneigung und tiefes Mitgefühl für sie. Nun, dann. Sie verstehen nicht, Monsieur Poirot. Zufällig weiß ich, dass Caroline Crale schuldig war. Wie bitte? Ich weiß nicht, ob es richtig war, dass ich das damals verschwieg. Aber Sie müssen mir glauben, ich weiß mit absoluter Sicherheit, dass Caroline Crale schuldig war. Dieses kleine Schweinchen fing an zu weinen. Hercule Poirot sah die junge Archäologin nicht zum ersten Mal. Er hatte es sich nicht nehmen lassen, einen Vortrag anzuhören, den sie vor der Royal Geographical Society gehalten hatte. Ein ausgezeichneter Vortrag, wie er fand. Und jetzt, da er sie von Nahem sah, stellte er fest, dass Angela Warren durchaus als eine gut aussehende Frau bezeichnet werden konnte. Sie erinnerte keineswegs an ein kleines Schweinchen, das anfing zu weinen. Allerdings war ihre rechte Wange von einer wulstigen Narbe entstellt und ihr rechtes Auge etwas nach unten gezogen, obwohl niemand hätte vermuten können, dass sie auf diesem Auge blind war. Sie schienen schon so lange mit ihrer Behinderung zu leben, dass sie sich ihrer überhaupt nicht bewusst war. Poirot hatte das sichere Gefühl, einer glücklichen und erfolgreichen Frau gegenüber zu stehen. Ohne Umschweife berichtete er von seinem Gespräch mit Carla Le Marchand. Angela Warrens ernstes Gesicht hellte sich auf. Carla ist in England. Ich möchte sie unbedingt sehen. Sie sind nicht mit ihr in Kontakt? Leider fast gar nicht. Ich ging noch zur Schule, als sie nach Kanada gebracht wurde. Natürlich war mir damals klar, dass sie uns in kurzer Zeit vergessen haben würde. Unter den gegebenen Umständen war es für sie das Beste. Das war eine naheliegende Annahme. Ein neuer Name, eine neue Umgebung, ein neues Leben. Aber so leicht sollte es nicht sein. Poirot erzählte von Carlas Beweggründen, die sie nach England geführt hatten. Angela Warren hörte ihm schweigend zu und sagte dann ruhig, das hat Carla verdient. Poirot war überrascht. Sie war die erste, die so reagierte. Sie sind ihrer Meinung, Miss Warren? Natürlich. Ich werde helfen, wo ich kann. Wissen Sie, ich fühle mich schuldig, dass ich selbst nichts dergleichen unternommen habe. Sie glauben also, dass sie möglicherweise Recht haben könnte? Natürlich hat sie recht. Caroline hat die Tat nicht begangen, das habe ich immer gewusst. Sie überraschen mich außerordentlich, Mademoiselle. Ich zweifle nicht, dass die Indizien erdrückend sind, aber ich habe meine Schwester gekannt. Ich weiß, dass Carol niemals jemanden umgebracht hätte. Kann man das von einem Menschen mit solcher Sicherheit sagen? Vielleicht nicht oft, in Carolines Fall gibt es jedoch besondere Gründe, warum ich so denke. Angela berührte ihre entstellte Wange. Das hat Caroline getan, und deshalb bin ich mir sicher, ganz sicher, dass sie keine Mörderin ist. Für die meisten Menschen eine wenig einleuchtende Argumentation. Ja, vor Gericht diente es als Beweis dafür, dass Caroline gewalttätig und unbeherrscht gewesen sein soll, weil sie mich als Baby verletzte, behaupteten gebildete Leute, sie brächte es auch fertig, einen untreuen Ehemann zu vergiften. Ich sehe den Unterschied durchaus. Ein Wutausbruch ist nicht dasselbe wie ein Mord. Das meine ich gar nicht, angenommen, sie sind normalerweise ein liebevoller Mensch, tendieren aber zu heftiger Eifersucht und angenommen, es gab einen Moment in ihrem Leben, als sie knapp davor waren, jemanden in einem Wutanfall umzubringen. Stellen Sie sich das Entsetzen vor. Ein sensibler Mensch wie Caroline wird ein Leben lang unter den Schuldgefühlen leiden. Als Kind war mir das nicht bewusst, aber heute erkenne ich es ganz deutlich. Ich kam immer an erster Stelle. Viele ihrer Auseinandersetzungen mit Amyes entstanden, meinetwegen. Ich war oft eifersüchtig auf ihn und spielte ihm Streiche. Einmal stibitzte ich etwas, so ein Katzenzeug, um es ihm ins Bier zu schütten. Ein anderes Mal setzte ich ihm einen Igel ins Bett. Aber Caroline ergriff jedes Mal Partei für mich. Sie hat sich ihr Leben lang davor gefürchtet, noch einmal etwas Ähnliches zu tun. Deshalb hatte sie ihre eigenen Methoden, ihre Emotionen unter Kontrolle zu halten. Sie machte sich oft mit harschen Worten Luft. Sagte zum Beispiel, wenn du weiter so nervst, bring ich dich um. Aus diesem Grund gab es auch so viele heftige Streitereien zwischen ihr und Amyes. Na, das wurde als ein Indiz gegen sie gewertet. Genau, deshalb sind Indizien auch so irreführend. Natürlich stritten sich die beiden, aber niemand verstand, dass sie die Auseinandersetzungen genossen, Amyes ebenso wie Caroline. Beide liebten dramatische Szenen. Mit einer ärgerlichen Geste sagte Angela Warren, hätte ich als Zeugin aussagen können, hätte ich genau dies gesagt. Verstehen Sie, was ich meine? Poirot nickte lebhaft. Ich bin sicher, dass Sie völlig recht haben. Es gibt Menschen, die Zwietracht brauchen, um ihrem Leben eine dramatische Würze zu verleihen. Darf ich Sie fragen, Miss Warren, wie Sie die Tragödie damals empfanden? Ich glaube, ich war vor allem verwirrt. Caroline wurde ungefähr drei Tage später verhaftet. Sie beauftragte Miss Williams, mich sofort zu Verwandten zu bringen. Ich durfte sie nicht einmal besuchen. Caro wollte es nicht. Ich denke, das war das einzige Mal, dass es ihr an Einfühlungsvermögen mangelte. Angela Warren ging zu einem Schreibtisch. Nach ihrer Verurteilung schrieb mir meine Schwester einen Brief. Ich habe ihn noch nie jemandem gezeigt, denke aber, dass sie ihn lesen sollten. Vielleicht verstehen sie dann, was für ein Mensch Caroline war. Wenn sie wollen, können sie ihn auch Carla zeigen. Sie reichte ihm ein Stück Papier. Mein Liebling, meine kleine Angela, du wirst sehr traurig sein, aber ich möchte dir sagen, dass alles gut ist. Ich habe dich niemals angelogen und lüge auch jetzt nicht, wenn ich dir sage, dass ich glücklich bin. Ich fühle, dass alles richtig ist. Ich empfinde einen Frieden wie nie zuvor. Alles ist gut, mein Liebling, alles ist gut. Bereue nichts und gräme dich nicht, meinetwegen. Lebe dein Leben weiter. Ich gehe zu Emyers. Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass wir wieder vereint sein werden. Ich hätte ohne ihn nicht leben können. Ich bitte dich nur um eines, sei glücklich. Ich sage dir noch einmal, ich bin glücklich. Jeder muss für seine Schuld bezahlen. Es ist wunderbar, endlich Frieden zu finden. Deine dich liebende Schwester, Caro. Hercule Poirot las den Brief zweimal, bevor er ihn Angela Warren zurückgab. Bemerkenswert, sehr bemerkenswert. Sie erhalten diesen Brief für einen Beweis ihrer Unschuld? Selbstverständlich. Aber man kann den Brief auch anders deuten, nämlich, dass sie schuldig ist und in der Sühne ihren Frieden findet. Das würde auch zu ihrem Verhalten vor Gericht passen, dachte Poirot und gestand sich in diesem Augenblick erstmals Zweifel an ihrer Unschuld ein. Nein, Monsieur Poirot, ich weiß, dass Caroline unschuldig war. Was ist dann ihrer Meinung nach wirklich geschehen? Ich vermute, dass er mir tatsächlich Selbstmord beging. Hätte das zu ihm gepasst? Kaum. Eine andere Möglichkeit sehen Sie nicht. Sie meinen, jemand anders könnte ihn umgebracht haben? Das wäre doch möglich. Ja, möglich schon, aber sehr unwahrscheinlich. Unwahrscheinlicher als Selbstmord. Schwer zu sagen. Wen hätte man verdächtigen sollen? Wer der Direktbeteiligten käme ihrer Meinung nach am ehesten in Frage? Lassen Sie mich nachdenken. Ich habe ihn nicht getötet und diese Elsa bestimmt auch nicht. Meredith? Er war immer der biedere Hausfreund. Das könnte ein Motiv gewesen sein, aber er ist zu sanft. zu vorsichtig. Und Miss Williams oder Philip Blake? Miss Williams? Sie liebte Caroline und hätte alles für sie getan und sie hasste Emmys, lehnte Männer grundsätzlich ab. Reicht das für einen Mord? Ich glaube nicht. Philip wäre es am ehesten zuzutrauen. Er war Emmys bester Freund. Etwas geht Ihnen durch den Kopf, Miss Warren. Waren die beiden Männer vielleicht Rivalen? Wegen Elsa? Angela schüttelte den Kopf. Vor einiger Zeit wohnte ich in einem Hotel. Als ich über den Flur lief, ging eine Zimmertür auf und eine Frau, die ich flüchtig kannte, trat heraus. Als sie mich erblickte, konnte ich ihrem Gesichtsausdruck eindeutig entnehmen, dass es nicht ihr eigenes Zimmer war. Und da erinnerte ich mich plötzlich an Carolines Gesichtsausdruck, als sie eines Abends aus Philips Zimmer in Alderbury kam. Damals jedoch begriff ich nichts. Poirot nickte bedächtig. Schon bei seinem Gespräch mit Philip Blake war ihm die übertriebene Feindseligkeit gegenüber Caroline nicht ganz natürlich vorgekommen. War Philip schon immer in Caroline verliebt gewesen und war seine Liebe in Hass umgeschlagen, als sie Amyes wählte? Zweites Buch Bericht von Philip Blake Sehr geehrter Monsieur Poirot, gemäß meiner Zusage schicke ich Ihnen meinen Bericht bezüglich der im Zusammenhang mit dem Tod von Amyes Crail stehenden Ereignisse. Allerdings muss ich betonen, dass meine Erinnerung nach so vielen Jahren nicht in jedem Punkt ganz genau sein kann, aber ich habe mich bemüht, alles nach bestem Wissen niederzuschreiben. Hochachtungsvoll Philip Blake Bericht über die Ereignisse Eines möchte ich meiner Schilderung vorausschicken, für jeden, der Amyes Crail so gut und so lange gekannt hat wie ich, ist die Vorstellung, er hätte Selbstmord begehen können, geradezu lächerlich. Crail hätte sich nie das Leben genommen, dafür lebte er einfach zu gern. Er hätte keine Skrupel gehabt, seine für ihn sehr unbefriedigende Ehe zu beenden, hätte Frau und Kind jedoch niemals unversorgt gelassen. Er war ein sehr großzügiger Mann, ein liebenswerter Mensch. Auch Caroline Crail kannte ich seit vielen Jahren, schon vor ihrer Heirat. Sie war ein bisschen neurotisch und neigte zu unkontrollierten Wutausbrüchen, sie war nicht unattraktiv, aber es war zweifellos schwierig mit ihr zu leben. Von Anfang an machte sie keinen Hehl aus ihrer Zuneigung zu Emmys, er dagegen war meiner Meinung nach nicht ernsthaft in sie verliebt. Da sie jedoch, wie gesagt, durchaus attraktiv war, verlobten sie sich schließlich. Emmys Freunde reagierten besorgt, doch Emmys wäre es niemals eingefallen, alte Freundschaften wegen seiner Frau aufzugeben. Nach einigen Jahren war unser Verhältnis wieder wie früher und ich war ein häufiger Gast in Alderbury. Nun zu den eigentlichen Ereignissen. Ich traf in Alderbury fünf Tage vor dem Verbrechen ein, also am 13. September. Ich spürte sofort eine etwas angespannte Atmosphäre. Miss Elsa Greer, die von Emmys porträtiert wurde, war ebenfalls Gast im Haus. Es war das erste Mal, dass ich Miss Greer persönlich traf, doch bereits einen Monat zuvor hatte Emmys mir von ihr vor geschwärmt. Diesmal hat es ihn schwer erwischt, dachte ich damals. Ich muss gestehen, dass ich eine gewisse Schadenfreude darüber empfand, dass Caroline die Sache offenbar sehr schwer nahm. Sie machte Emmys deswegen das Leben zur Hölle. Er freute sich über meinen Besuch und sagte Wie ich schon sagte, herrschte eine angespannte Atmosphäre. Caroline sagte zu Elsa in höflichen Worten die unmöglichsten Dinge, ohne sie offen anzugreifen. Elsa warf Caroline die schamlosesten Unverschämtheiten an den Kopf und benahm sich wie eine Diva. Die Folge war, dass sich Emmys die meiste Zeit mit Angela beschäftigte, wenn er nicht malte. Diesmal war er allerdings strenger mit ihr als sonst und die beiden gerieten stark aneinander. Die vierte im Bunde war die Gouvernante. Sie hasst mich wie die Pest, vertraute Emmys mir an und fügte noch hinzu, dass auch Caroline zweifellos froh wäre, ihn los zu sein. Was heißt das? fragte ich ihn. Ist die Geschichte mit der reizenden Elsa wirklich ernst? Seine Antwort klang wie ein Stöhnen. Ah, ist sie nicht gelernt. Dann grinste er und meinte, ach verdammt, es wird schon in Ordnung kommen und du musst zugeben, dass das Bild gut ist. Am 17. September spitzte sich die Stimmung zu, besonders unangenehm war es beim Mittagessen, Elsa war regelrecht unverschämt, und Caroline platzierte geschickt ein paar harmlos klingende Bemerkungen, die eindeutig eine Spitze hatten. Die Stimmung eskalierte, als wir im Wohnzimmer den Café zu uns nahmen. Ich sprach über eine Skulptur, als Caroline bemerkte, das ist die Arbeit eines jungen Norwegers, den Emmys und ich sehr schätzen, wir werden ihn vielleicht im nächsten Sommer besuchen. Diese die Besitzverhältnisse klarstellende Äußerung war zu viel für Elsa. Sie sagte, das wäre eigentlich ein schönes Zimmer, wenn es richtig eingerichtet wäre. Wenn ich hier wohne, werde ich das ganze Gerümpel rausschmeißen. Zu mir gewandt, fragte sie, fänden sie das nicht auch schöner? Bevor ich antworten konnte, fragte Caroline, haben sie die Absicht dieses Haus zu erwerben, Elsa? Elsa erwiderte lachend, sie wissen genau, was ich meine, Caroline, Emmys und ich lieben uns, und wenn wir verheiratet sind, werde ich hier wohnen. Ich glaube, sie sind verrückt, sagte Caroline. Oh nein, meine Liebe, und das wissen sie, und wenn sie auch nur einen Funken Anstand haben, geben sie ihn frei. In diesem Augenblick betrat Emmys das Zimmer und Caroline fragte unverzüglich, Emmys, Elsa behauptet, du wolltest sie heiraten, stimmt das? Armer Emmys, er wurde puterrot und fragte Elsa, warum zum Teufel sie ihren Mund nicht gehalten habe. Dann ist es also wahr, sagte Caroline. Der arme Kerl murmelte, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Elsa erwiderte, ich finde es nur fair gegenüber Caroline, dass sie Bescheid weiß. Er sah etwas beschämt rein, wie Männer es tun, wenn sie von Frauen in die Enge getrieben werden. Dann warf er wie ein Stier in der Arena den Kopf zurück und stieß hervor, es stimmt, aber ich möchte jetzt nicht Frauen bleiben wollte. Warum zum Teufel konnte sie nicht ihren Mund halten? Ich muss doch das Bild fertig machen, hörst du, Phil? Es ist das beste Bild, das ich je gemalt habe, und diese blöden Weiber wollen es mir vermasseln. Das hast du dir selbst eingebrockt, alter Knabe? Das weiß ich selbst, aber du musst doch zugeben, Phil, dass man bei Elsa den Kopf verlieren kann. würde. Und er erwiderte, Caroline ist nicht rachsüchtig. Du meinst es gut, Phil, aber ich werde mit meinen Angelegenheiten selbst fertig. Es wird alles gut werden, das kannst du mir glauben. Kurz darauf trat Caroline zu uns. Zieh die fleckige Jacke aus Emys, wir gehen zu Meredith zum Tee. Hast du das vergessen? Caroline war erstaunlich. Das musste ich ihr lassen. Sie besaß eine enorme Selbstkontrolle. Ich weiß nicht, ob sie zu diesem Zeitpunkt schon die Absicht hatte, ihn umzubringen. Wundern würde es mich jedenfalls nicht. Caroline war eine sehr gefährliche Frau. Ich hätte wissen sollen, dass sie diesen Schlag nicht widerstandslos hinnehmen würde. An die weiteren Ereignisse des Nachmittags kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Meredith sah sehr bekümmert aus. Wahrscheinlich hatten Emmys und Caroline ihm etwas erzählt. Der alte Knabe machte sich ehrlich Sorgen. Merkwürdigerweise erinnere ich mich nur dunkel an unseren Besuch in Merediths Stinkbude. Es machte ihm Freude, seinen Gästen sein Hobby vorzuführen. Mich hat es immer gelangweilt. Ich sah auch nicht, wie Caroline das Gift nahm, aber sie war schon immer sehr gerissen. Viel mehr weiß ich nicht mehr von diesem Tag. Emmys und Angela hatten am Abend noch einen Riesen Krach. Sie schrie ihn an, sie wünschte, er wäre tot. Uns übrigen war das aber ganz willkommen, weil dieser Streit von den anderen Problemen ablenkte. Am nächsten Morgen kam ich spät zum Frühstück und machte mich im Anschluss draußen auf die Suche nach den anderen. Ich traf jedoch lediglich auf Miss Williams, die Angela suchte, weil die sich mal wieder vor der Arbeit drückte. Als ich wieder hinein ging, hörte ich Emmys und Caroline sehr laut in der Bibliothek miteinander streiten. Caroline sagte, du und deine Weiber, ich könnte dich umbringen, eines Tages bringe ich dich um. Emmys erwiderte, sei kein Narr, Caroline, und sie, ich meine es ernst, Emmys. Nun, ich Elsa, die direkt unter dem geöffneten Fenster der Bibliothek saß. Wahrscheinlich hatte sie alles genau gehört. Als sie mich sah, kam sie mir seelenruhig entgegen. Ist es nicht ein zauberhafter Morgen? Ein herzloses Ding. Kurz darauf knallte die Tür der Bibliothek und Emmys kam heraus. Er packte Elsa unsanft an der Schulter und sagte, komm, ich möchte weiter arbeiten. Gut, ich gehe nur kurz nach oben und hole mir einen Pullover. Sie verschwand im Haus und Emmys und ich schwiegen, bis Elsa wiederkam. Die beiden gingen zum Wallgarten und ich trat wieder ins Haus. Caroline stand in der Halle, schien mich aber nicht zu bemerken und murmelte, er ist so grausam. Ja, das waren ihre Worte. Dann ging sie an mir vorbei die Treppe hinauf. Ich glaube, dass sie da den Entschluss zu ihrer Tat fasste und nach oben ging, um das Gift zu holen. Genau in diesem Augenblick klingelte das Telefon. Es war Meredith. Aufgeregt erzählte er mir, dass er das Fläschchen mit dem Koniin halbleer vorgefunden habe. Ich möchte nicht wiederholen, was ich aufgrund dieser Informationen hätte tun sollen, doch anstatt zu handeln, beschloss ich mich erst einmal mit Meredith zu beraten. Ich ging ihm entgegen. Er war sehr besorgt. Du bist ein klügerer Kopf als ich, Philipp, was soll ich bloß tun? Das Zeug ist gefährlich. Du hast keine Ahnung, wer es genommen haben könnte? Er sagte, die Tür zum Laboratorium sei immer abgeschlossen, doch er habe das Fenster einen Spalt breit offen vorgefunden sei, dann habe wahrscheinlich Caroline es genommen, um Elsa zu vergiften oder Elsa habe es genommen, um Caroline aus dem Weg zu räumen. Meredith erklärte, das sei völlig absurd. Und ich Idiot erwiderte, wir müssen genau überlegen, was zu tun ist. Entweder du teilst das Verschwinden des Gifts vor allen Anwesenden mit, oder du konfrontierst Caroline unter vier Augen mit einem Verdacht. Überzeugt sie dich, dass sie nichts damit zu tun hat, knöpfst du dir Elsa vor. Er erwiderte, so ein junges Mädchen, das ist doch unmöglich. Ich würde ihr das glatt zutrauen, entgegnete ich. Nach dieser letzten Bemerkung gingen wir schweigend weiter. Als wir am Wallgarten vorbeikamen, hörte ich Carolines Stimme. Sie sagte anklagend, es ist sehr schwer für das Mädchen. Ammiers reagierte mit einer gereizten Bemerkung. Gerade als wir die Pforte erreichten, trat Caroline heraus und sagte, wir haben gerade darüber diskutiert, ob Angela wirklich ins Internat geschickt werden soll. In diesem Augenblick kam Elsa vom Haus herabgelaufen. Sie hatte einen roten Pulli in der Hand. Ammiers knurrte, setzte dich wieder in Pose. Er ging wieder zu seiner Staffelei und ich bemerkte, dass er ein wenig schwankte. Er maulte. Das Bier ist kochend heiß. Ich lasse dir Bier aus dem Eisschrank bringen, sagte Caroline. Danke, knurrte Ammiers. Caroline ging mit uns zum Haus, wir setzten uns auf die Terrasse und sie ging hinein. Nach etwa fünf Minuten kam Angela mit ein paar Flaschen Bier für uns heraus. Caroline folgte mit einer weiteren Flasche und sagte, sie werde sie Ammiers bringen. Angela wollte mit mir zum Schwimmen, also verschoben Meredith und ich unser Gespräch. Später bei Tisch fehlte Ammiers. Das kam häufiger vor, wenn er arbeitete. Caroline wirkte keinesfalls aufgeregt. Diese Frau war wirklich ein Teufel. Nach dem Essen wollte sie Ammiers den Kaffee hinunter bringen. Sie sagte das ganz natürlich. Dabei musste sie gewusst haben, dass sie ihn tot vorfinden würde. Miss Williams begleitete sie und auch Meredith machte sich kurz danach zu einem Spaziergang auf. Ich wollte ihm gerade nachgehen, als er zurückgerannt kam. Ein Arzt! Schnell! Ammiers! Ich glaube, er ist tot! An Elsa dachten wir in diesem Augenblick nicht. Sie stieß einen Schrei aus und rief Tod! Tod! Dann rannte sie, wie ich noch nie jemanden habe rennen sehen, wie ein verletztes Reh und auch wie ein Rache Engel. Lauf ihr nach, keuchte Meredith, ich werde den Arzt rufen, wer weiß, was sie vorhat. Ich rannte hinter ihr her, und das war gut, denn sie hätte Caroline beinahe umgebracht, nie habe ich so wahnsinnigen Hass erlebt. Ihres Liebsten beraubt war sie einfach nur Weib. Ich hielt sie fest, bis Miss Williams das Kommando übernahm, ein wahrer Tyrann, diese Frau, aber es wirkte, Elsa wurde ruhig, sie zitterte nur noch. Caroline stand ganz ruhig da, fast wie betäubt, aber ihre wachsamen Augen verrieten sie. Ich trat auf sie zu und sagte leise, du verdammte Mörderin, du hast meinen besten Freund umgebracht. Sie erschauderte, nein, nein, er, er hat sich selbst. Ich sah sie durchdringend an und sagte, das Märchen kannst du der Polizei erzählen. Das tat sie auch, aber die Polizei glaubte ihr nicht. Aber irgendwann werden sie die Flasche doch in der Rand gehabt haben. Ja, natürlich, aber ich staubte die Flaschen von Zeit zu Zeit ab, die Dienstboten durften das Laboratorium nicht betreten, das letzte Abstauben lag vier oder fünf Tage zurück. Der Raum war immer abgeschlossen? Ausnahmslos. Wann nahm Caroline Crail das Koniin aus der Flasche? Sie verließ als letzte den Raum. Ich erinnere mich, dass ich sie rief und sie eilig herauskam. haben haben sie an diesem Nachmittag mit ihr über ihre Eheprobleme gesprochen? Nicht direkt. Sie war sehr aufgewühlt. Als wir einen Moment allein waren, fragte ich sie, ist etwas nicht in Ordnung, meine Liebe? Und sie sagte, nichts ist in Ordnung. Sie hätten die Verzweiflung in ihrer Stimme hören sollen. Sie sprach die volle Wahrheit. Ammius Crail war Carolines ganze Welt. Sie sagte, und dann wandte sie sich lachend den anderen zu. Unvermittelt schlug Meredith Blake mit der Faust auf den Tisch. Und ich sage Ihnen eins, Monsieur Poirot, als Caroline aussagte, dass sie das Zeug genommen hatte, sich das Leben zu nehmen, da sprach sie die Wahrheit, das schwöre ich. Zu diesem Zeitpunkt dachte sie nicht an Mord. Dieser Gedanke kam ihr blüfft an. Ich verstehe nicht. Sind sie sich ganz sicher, dass Caroline Crail ihren Mann vorsätzlich ermordete? Aber wollen sie damit sagen, dass es ein Unfall war? Nicht unbedingt. Sie haben Caroline als sanftmütiges Wesen beschrieben. Verüben sanftmütige Wesen einen Mord? Sie war sanftmütig, dennoch gab es sehr heftige Auseinandersetzungen. Caroline gebrauchte manchmal sehr scharfe Worte. Es war nicht außergewöhnlich, dass sie schrie, ich hasse dich, ich wünschte, du wärst tot. Aber das meinte sie nicht so. Dann war es ihrer Meinung nach kaum nachvollziehbar, dass Mrs. Crail einen Mord beging? Sie haben eine sehr seltsame Art Dinge auszudrücken, Monsieur Poirot. Ich kann nur sagen, dass es für mich kaum nachvollziehbar ist. Ich kann mir das nur mit der extremen Kränkung erklären, die sie erlitt. Unter diesen Umständen kann eine Frau durchaus nun zur Mörderin werden. Poirot nickte zustimmend. Sie sind also fest davon überzeugt, dass Caroline Crail im juristischen Sinn die Täterin war. Meredith Blake sah ihn verblüfft an. Mein verehrtester, wenn sie es nicht getan hat. Ein Unfall? Unmöglich. Ganz unmöglich. Selbstmord völlig unglaubhaft. Sicher. Was also bleibt, fragte Meredith Blake. Poirot erwiderte kühl, es bleibt die Möglichkeit, dass Amir Scrail von jemand anderem umgebracht wurde. Aber das ist absurd, wer hätte ihn töten wollen? Das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich. Blake sah ihn eine Weile schweigend an, dann schüttelte er den Kopf. Ich würde nur zu gern an Carolines Unschuld glauben, aber wer sonst hätte es gewesen sein sollen? Philip? Crails bester Freund? Elsa? Lächerlich. Ich? Siehe ich aus wie ein Mörder? Eine unbescholtene Gouvernante? Oder Angela? Nein, Monsieur Poirot, niemand außer seiner Frau hätte er mir es umbringen können. Aber er trieb sie dazu. In gewisser Weise war das auch eine Art Selbstmord. Haben Sie je darüber nachgedacht, Mr. Blake, dass die Ursache für einen Mord beinahe immer beim Ermordeten selbst liegt? Nein, aber ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen. Erst wenn Sie wissen, was für ein Mensch das Opfer war, können Sie die Umstände eines Mordes klar erkennen. Wonach ich strebe, ist eine Rekonstruktion des Menschen Ammias Crail, und Sie und Ihr Bruder haben mir dabei geholfen. Philip, Sie haben auch mit ihm gesprochen? Natürlich. Ach, Sie hätten erst zu mir kommen müssen. Meredith Blake biss sich auf die Lippe. Philip ist so voreingenommen. Bestimmt hat er versucht, sie gegen Caroline einzunehmen. Würde das noch so lange Zeit eine Rolle spielen? Ich weiß, man kann Caroline nicht mehr wehtun. Dennoch möchte ich nicht, dass Sie einen falschen Eindruck bekommen. Sie müssen wissen, dass zwischen Philip und Caroline immer eine gewisse Abneigung herrschte. Warum? Woher soll ich das wissen? So etwas gibt es eben. Philip war, glaube ich, sehr verärgert darüber, dass Emmys sie heiratete. Danach besuchte er sie über ein Jahr lang nicht mehr. Wahrscheinlich hatte er Angst, dass Carolines Einfluss ihrer Freundschaft schaden könnte. Und? War es so? Aber nein, Emmys hatte Philip genauso gern wie eh und je, bis zu seinem Ende. Wie reagierte ihr Bruder auf die Affäre mit Elsa? Ich glaube, er ärgerte sich, weil Emmys sich zum Narren machte. Gleichzeitig kam es mir so vor, als würde er Caroline gegenüber eine gewisse Schadenfreude empfinden. Wirklich? Sie dürfen mich nicht falsch verstehen, ich glaube, das war ihm nicht wirklich bewusst. Und nach der Tragödie? Er war völlig gebrochen. Er hat Emmys wie einen Helden vergöttert. Ja, er hegte einen bitteren Groll gegen Schicht nach der anderen auf. Meredith Blake machte eine kurze Pause. Deshalb sah es beinahe normal aus, als würde er schlafen. Aber seine Augen waren geöffnet und er war ganz steif. Das Gift hat eine lähmende Wirkung, man empfindet keinen Schmerz. Das war immer eine Erleichterung für mich. Poirot fragte etwas, was er bereits wusste. Wer hat ihn gefunden? Caroline, nach dem Mittagessen. Elsa und ich waren wahrscheinlich die Letzten, die ihn lebend gesehen haben. Das Gift hatte wohl schon angefangen zu wirken, aber ich möchte nicht darüber sprechen. Ich schreibe es auf. Das ist für mich einfacher. Jäh drehte er sich um. Poirot folgte ihm schweigend. Die beiden Männer wanderten den Zickzack Pfad bergauf. Etwas oberhalb des Wallgartens kamen sie zu einem weiteren von Bäumen beschatteten Plateau mit einer Bank. Blake sagte, an jenem Vormittag saß ich hier. Man konnte damals die Brustwehr des Wallgartens deutlich erkennen. Dort saß Elsa. Er zuckte kaum merklich mit den Achseln. Kommen Sie, wir gehen zum Haus hinauf. Es war ein schönes altes Gebäude im georgianischen Stil, das mit einem Anbau erweitert worden war. Ich nehme nicht an, dass Sie sich hier umsehen wollen. Sämtliche Zimmer sind umgebaut worden. Unvermittelt wandte er sich ab. Wir nehmen einen anderen Weg zurück. Alles taucht wieder auf. Gespenster. Überall Gespenster. Als Sie wieder auf Handcross Manor waren, sagte Meredith Blake mit einem Mal, Ich habe das Bild gekauft. Mir war der Gedanke einfach unerträglich, dass eine Menge Leute mit schmutziger Fantasie es anstarren würden. Emirs hielt es für das beste Bild, das er je gemalt hatte. Wahrscheinlich hatte er recht. Es war nahezu fertig. Wollen Sie es sehen? Selbstverständlich. Blake führte ihn durch die Halle und schloss eine Tür auf, die in ein großes Zimmer führte. Er öffnete die Klappläden und stieß einen Fensterflügel auf. Ein Hauch frischer Frühlingsluft strömte herein. Poirot war klar, um welchen Raum es sich handelte. Die Regale waren leer, aber es waren noch die Abdrücke der Flaschen zu sehen. Alles war mit einer dicken leicht die Erinnerung zurückkommt. Ich stand hier am Fenster, den Duft des Jasmins in der Nase und redete unaufhörlich über meine kostbaren Heil-Säfte, ich verdammter Idiot! Gedanken verloren streckte Poirot die Hand aus dem Fenster und streifte ein paar Blätter vom alten Jasmin-Gehölz ab. Meredith Blake ging mit energischen Schritten zur gegenüberliegenden Wand, an der ein verhülltes Bild hing. Poirot hielt den Atem an. Das Gemälde zeigte ein Mädchen in einem kanarien gelben Sporthemd und einer dunkelblauen Hose. Es saß im grellen Sonnenlicht auf einer grauen Mauer, im Hintergrund das intensiv blaue Meer. Das Licht besaß eine ungewöhnliche, verstörende Klarheit und Brillanz und das Mädchen so viel jugendliche Leidenschaft. Das also hatte Emyes in Elsa gesehen. Das hatte ihn blind und taub für seine Frau gemacht. Elsa verkörperte das Leben, die Jugend. Ein prächtiges, schlankes, aufrechtes Geschöpf, den Kopf arrogant zur Seite gewandt, der Blick dreist und triumphierend. So sah sie den Betrachter an, beobachtete ihn, lauerte. Poirot murmelte, großartig, einfach großartig. Meredith Blakes Stimme war belegt. Sie war so jung. Poirot dachte, was ist damit gemeint, so jung? Das soll unschuldig, reizvoll, hilflos heißen. Aber Jugend, das bedeutet maßlos, stark, mächtig und grausam und es bedeutet auch verwundbar. Er folgte seinem Gastgeber zur Tür, sein Interesse an Elsa Greer war noch gewachsen. Er wollte sie als nächste aufsuchen, er sah sich noch einmal nach dem Bild um. Diese leidenschaftlichen Augen, sie beobachteten ihn, sagten ihm etwas. Wie sahen die Augen von Elsa Greer heute aus? Nach einem letzten Blick auf das Bild verließ er den Raum. Er dachte, in ihr steckte zu viel Lebendigkeit. Eine leichte Furcht überkam ihn. Dieses kleine Schweinchen aß einen Rinderschmaus. Auf den Fensterbänken des eleganten Hauses in der Brook Street blühten Tulpen. Ein Butler nahm Poirot Hut und Stock ab und murmelte ehrerbietig. Würden Sie mir bitte folgen, Sir? Poirot wurde zwei Treppen hinaufgeführt. Die Gänge waren in dezentes Licht getaucht. Geld, überall Geld. Geschmack jedoch weniger. Poirot dachte an den Kinderreim. Ja, dieses kleine Schweinchen aß den Rinderschmaus. Die Hausherrin stand am Kamin, als er angekündigt wurde. Unwillkürlich musste Poirot an ein Zitat denken. Sie starb jung. Das dachte er, als er Erzim selbst, wenn es ihm offensichtlich egal sei, wie sehr seine Frau unter der Situation leide, sollte er wenigstens auf Elza Rücksicht nehmen. Er erwiderte, Elza müsse das ebenfalls schlucken. Dann fuhr er fort, offenbar begreifst du nicht, Meredith, dass das Bild, das ich in Arbeit habe, das Beste ist, das ich je gemalt habe, und ich lasse mir meine Arbeit nicht von zwei eifersüchtigen Zankweibern kaputt machen. Malerei, sagte ich, bedeute nicht alles. Er fiel mir ins Wort und sagte, für mich schon. Meridith seufzte. Ach, er war ein furchtbarer Egoist. Er gehörte zu der Sorte von Männern, die Frauen nicht ernst nehmen. Ich hätte ihm sagen können, dass Caroline verzweifelt war. Hat sie das Ihnen gegenüber geäußert? Nicht direkt, aber ich sehe immer noch ihren Gesichtsausdruck an diesem Nachmittag vor mir. Sie lachte, aber in ihren Augen lag ein tiefer Schmerz. Sie hatte ein so sanftmütiges Wesen. Schweigend betrachtete Poirot sein Gegenüber. Ganz offensichtlich merkte Meredith Blake nicht, wie wenig seine Schilderung zu einer Frau passte, die nur einen Tag später ihren Gatten vorsätzlich ermordet hatte. Ich hätte Verdacht schöpfen müssen. Caroline war es, die auf meine kleine Liebhaberei zu sprechen kam. Ja, ich muss zugeben, dass mir die Beschäftigung mit Heilpflanzen viel Freude bereitet. An jenem Tag hielt ich meinen Gästen einen Vortrag über Koniin. Ich habe seine Heilwirkung bei Keuchhusten und auch bei Asthma nachgewiesen. Das alles haben Sie Ihren Gästen erzählt? Ja, ich führte sie durch mein Laboratorium und erklärte ihnen verschiedene Kräuter, etwa den schlecht schmeckenden Baldrian und seine Wirkung auf Katzen. Alle hörten sehr interessiert zu. Alle? Wen meinen Sie damit? Nun, also Philipp und Amius und natürlich Caroline, Angela und Elsa. Das waren alle? Wer sollte sonst noch dabei gewesen sein? Vielleicht die Gouvernante? Achso, nein, an diesem Nachmittag war sie nicht da. Ich habe ihren Namen vergessen, aber sie war sehr nett und nahm ihre Aufgabe sehr ernst. Angela machte es ihr nicht leicht. Wieso? Angela war ein Liebeskind, aber sie hatte immer Unsinn im Kopf. Einmal steckte sie Amius eine Schnecke in den Kragen, er platzte fast vor Wut. Nach diesem Vorfall bestand er darauf, sie in ein Internat zu schicken. Das heißt aber nicht, dass er sie nicht mochte. Außerdem glaube ich, ja, dass er ein bisschen eifersüchtig auf sie war. Caroline liebte das Kind abgöttisch. Sie hatte ihre Gründe dafür. Weil Caroline sich die Schuld dafür gab, dass das Mädchen entstellt war? Ach, das wissen sie? Ja, das war wohl der Grund für ihr Verhalten. Sie versuchte wohl alles, um ihre Schuld wieder gut zu machen. Und trug Angela ihrer Halbschwester das nach? Nein, Angela liebte ihre Schwester, aber Caroline konnte es sich nicht verzeihen. Und wann sollte Angela ins Internat? Zu Beginn des Herbsttrimesters. Wäre die Tragödie nicht passiert, wäre sie wenige Tage später abgereist. Am Morgen des bewussten Tages war noch die Rede davon, dass sie packen müsse. Und die Gouvernante? Was meinen Sie? Wie stand sie dazu? Immerhin verlor sie dadurch ihre Anstellung. Ja, das stimmt. Die kleine Carla hatte ein eigenes Kindermädchen. Sie hätten Miss Williams nicht behalten. Ach, Williams, so hieß sie. Merkwürdig, wie einem die Dinge wieder einfallen, wenn man von der Vergangenheit spricht. Ja, sie sind ganz in die Vergangenheit eingetaucht, nicht wahr? In gewisser Weise, ja. Aber es gibt Lücken. Ich erinnere mich zum Beispiel an mein Entsetzen, als ich erfuhr, dass Ammias Caroline verlassen wollte, aber ich weiß nicht mehr, ob er oder Elsa es mir erzählte. Ich erinnere mich, dass ich Elsa klar machen wollte, wie niederträchtig ihr verhalten war, aber sie lachte nur dreist und sagte, ich sei altmodisch. Zugegeben, ich bin altmodisch, aber ich finde immer noch, dass ich recht hatte, Ammias hatte Frau und Kind, er hätte zu ihnen halten müssen. Aber Miss Greer fand diesen Standpunkt veraltet? Ja, vor 16 Jahren war eine Scheidung noch nicht so selbstverständlich wie heute, aber Elsa wollte unbedingt modern sein und fand, wenn zwei Menschen nicht glücklich miteinander waren, sei es besser, sich zu trennen. Sie sagte, für das Kind sei es viel besser, wenn es nicht in so einer unharmonischen Atmosphäre aufwüchse. Doch irgendwie plapperte sie diese Dinge nur so daher, hatte sie wahrscheinlich aus Büchern. Ach, die Jugend, Monsieur Poirot, die Jugend hat manchmal etwas unendlich Rührendes an sich. Ich weiß, was Sie meinen. Blake fuhr fort, wieder mehr zu sich als zu Poirot sprechend. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum ich Crail zur Rede stellte. Immerhin war er fast 20 Jahre älter als Elsa. Leider habe ich nie gut überzeugen können. Besitzen Sie noch Ihr Laboratorium? Nein, nach allem, was geschehen war, konnte ich nicht weitermachen. Man konnte doch fast sagen, dass ich an allem schuld war. Aber nein, Mr. Blake, Sie sind zu selbstkritisch. Aber Konein aufmerksam und las ihnen in der Bibliothek noch einen Abschnitt aus dem Phaidon über den Tod des Sokrates vor. Ein herrliches Stück Literatur. Aber seit damals verfolgt es mich bis in meine Albträume. Wurden auf der Flasche mit dem Konein Fingerabdrücke gefunden? Carolines. Nicht Ihre? Nein, ich hatte die Flasche nicht berührt, nur darauf gezeigt über Caroline. Dann hatte er keinerlei Zweifel. Keiner von uns zweifelte daran. Schweigen. Dann sagte Meredith Blake in einem gereizten Ton. Es war alles längst vergessen und jetzt kommen sie und wühlen alles wieder auf. Nicht ich, Caroline Crail. Meredith starrte ihn an. Wie meinen sie das? Poirot erwiderte, wobei er ihn genau beobachtete, Caroline Crail die Zweite. Ach so, das Kind, für einen Moment habe ich sie missverstanden. Sie dachten, ich meinte die eigentliche Caroline. Sie wissen, dass sie ihre Tochter schrieb, es waren ihre letzten Worte, dass sie unschuldig sei? Das soll Caroline geschrieben haben? Ja. Überrascht sie das? Sie wären genauso überrascht, wenn sie sie vor Gericht erlebt hätten. Ein hilfloses Geschöpf, das nicht einmal um sich kämpfte. Sie hatte resigniert? Nein, ich denke, es war das Bewusstsein, dass sie den Mann, den sie liebte, getötet hatte, oder so kam es mir damals jedenfalls vor. Jetzt sind sie nicht mehr sicher? Im Angesicht des Todes so etwas zu schreiben? Vielleicht nur eine fromme Lüge? Das hätte nicht zu ihr gepasst. Hercule Poirot nickte. Carla Le Marchand hatte dasselbe gesagt. Meredith Blake sagte zögernd, ich kann mir nicht vorstellen, wer sonst außer Caroline. Er wandte sich mit scharfen Worten an Poirot. Und sie? Was glauben sie? Bis jetzt sammle ich nur Eindrücke. Was für ein Mensch Caroline Crail war. Was für ein Mensch Amirs Crail war. Wie die anderen Beteiligten damals waren. All diese Informationen benötige ich. Ihr Bruder will mich bei dieser Arbeit unterstützen. Er wird mir einen Bericht über die damaligen Geschehnisse schicken. Philipp ist ein sehr beschäftigter Mann. Er vergisst die Dinge, sobald sie vorbei sind. Wahrscheinlich wird er sich an alles ganz falsch erinnern. Mir ist bewusst, dass der Bericht lückenhaft sein wird. Wenn sie wollen, könnte ich ebenfalls einen Bericht schreiben. Eine Art Abgleich. Eine ausgezeichnete Idee, jedes Detail kann helfen, die Atmosphäre von damals einzufangen. Ja, ich verstehe. Es muss schwierig sein, sich Menschen und Orte vorzustellen, die man noch nie gesehen hat. Poirot nickte. Ich habe noch eine Bitte. Das Anwesen Alderbury liegt doch direkt in der Nachbarschaft. Wäre es wohl möglich, dort hinzugehen, damit ich mit eigenen Augen sehe, wo sich die Tragödie abgespielt hat? Sicher, aber natürlich hat sich dort viel verändert. Ist es umgebaut worden? Ein Verein hat das Anwesen erworben und betreibt dort eine Jugendherberge. Sie müssen den ehemaligen Zustand für mich rekonstruieren. Ich werde mir Mühe geben. Mr. Blake führte Poirot eine abschüssige Wiese hinunter. Wer hat damals den Verkauf veranlasst? Der Nachlassverwalter. Carla hat alles geerbt. Da er mir kein Testament hinterließ, ist alles automatisch an seine Frau und sein Kind gefallen. Und Caroline hat ihr Vermögen ebenfalls dem Kind hinterlassen. Und nichts ihrer Halbschwester? Angela besaß ein eigenes Vermögen, das sie von ihrem Vater geerbt hatte. Aha, sagte Poirot und rief dann überrascht, aber wir gehen ja direkt zum Strand. Ja, dort ist eine Bucht, Camel Creek. Wenn man über Land nach Alderbury will, muss man sie erst ganz umrunden. Viel kürzer ist es quer übers Wasser. Herr Alderbury liegt genau gegenüber, dort hinter den Bäumen können sie es schon sehen. Sie hatten den schmalen Strand erreicht, an dem zwei Boote lagen. Blake zog, von Poirot unbeholfen unterstützt, das eine Boot ins Wasser, dann ruderten sie zur anderen Seite. In den alten Zeiten nahmen wir fast immer diesen Weg. Blake legte geschickt an der Ufermauer an, half seinem Gast beim Aussteigen und schlug dann einen steil aufwärts führenden Pfad ein. Ach, herrliche April Sonne heute. Damals war auch so ein schöner Tag, mehr wie im Juli, obwohl es schon September war. Er zeigte nach oben. Direkt über uns ist der Wall Garten. Sie gelangten unter Bäume, dann ging es um eine scharfe Biegung und sie standen plötzlich vor einer in eine hohe Mauer eingelassenen Pforte. Der Pfad führte in Serpentinen weiter bergauf, doch Meredith öffnete die Pforte und die beiden traten hindurch. Nach dem schattigen Wäldchen war Poirot im ersten Moment wie geblendet. Der Wallgarten erweckte den Eindruck, als ragte er über den Strand direkt ins Meer hinaus. Ein hübsches Fleckchen Erde, sagte Meredith Blake und deutete mit dem Kinn verächtlich zu einer Art Pavillon. Das war früher natürlich noch nicht da, damals gab es nur einen alten Schuppen, in dem Ammius seine Mahlutensilien und ein paar Flaschen Bier aufbewahrte. Seine Stimme schwankte ein wenig. Poirot fragte, hier ist es also geschehen? Meredith Blake nickte. Da drüben stand die Bank, auf der er lag. Beim Malen legte er sich öfter darauf, warf sich einfach auf den Rücken und starrte sein Bild an und dann sprang er wieder auf und legte wie ein verrückter eine Farbstahlung. Dieses kleine Schweinchen blieb zu Haus. Hercule Poirot war sich sicher, dass er Meredith Blake auf eine ganz andere Weise anpacken musste als seinen Bruder. Der Angriff musste gemächlich verlaufen. Er musste sich Meredith Blake mit den richtigen Empfehlungsschreiben nähern, Empfehlungen gesellschaftlicher, nicht beruflicher Art. Zum Glück hatte Hercule Poirot im Lauf seines Berufslebens in vielen Grafschaften des Landes Bekanntschaften geschlossen, so auch in Devonshire. Der Brief war von Lady Mary Lytton Gore, einer liebenswürdigen mittellosen Witwe, die ein sehr zurückgezogenes Leben führte. Meredith Blake empfing Hercule Poirot einigermaßen überrascht, zum Teufel noch mal, früher waren Privatdetektive Leute, die man verschämt aufsuchte, wenn man sich einer unsauberen Geschichte entledigen wollte. Doch im Empfehlungsschreiben von Lady Lytton Gore stand doch tatsächlich, Hercule Poirot ist ein sehr geschätzter Freund, bitte helfen Sie ihm nach Kräften. Und Mary Lytton Gore war zweifelsohne eine ehrbare Frau. Und hier war der Mann also, eine unmögliche Erscheinung, falsch gekleidet, Knopfstiefel und ein haarsträubender Schnurrbart, hat er Jagd teilgenommen, geschweige denn eine anständige Partie Golf gespielt. Ein Ausländer. Leicht amüsiert las Hercule Poirot genau diese Gedanken seinem Gegenüber von der Stirn ab. Meredith Blake war genauso, wie er ihn sich vorgestellt hatte, ein typischer englischer Landedelmann. Alte Tweetjacke, wettergegerbtes Gesicht, wuchernder Schnurrbart. Meredith war das genaue Gegenteil seines Bruders. Er wirkte unentschlossen und sehr gemächlich. Kein Mensch, den man drängen durfte und auf keinen Fall durfte sich Hercule Poirot als Engländer gebärden. Er musste den Ausländer geben und an die Toleranz seines Gesprächspartners appellieren. Vorsichtig kam Poirot auf den Grund seines Besuchs zu sprechen. Geschickt steuerte er dem erwarteten Rückzug seines Gastgebers entgegen, indem er sagte, das Buch werde in jedem Fall erscheinen und Miss Crail lege größten Wert darauf, dass er Poirot es klug redigiere, nur so könnten bei einer Veröffentlichung verletzende Indiskretionen vermieden werden. Blake errötete vor Zorn. Es ist ein Skandal, das nach 16 Jahren immer noch in diesen alten Geschichten herumgestochert wird. Das finde ich auch, aber was sollen wir tun? Das Publikum verlangt danach, doch ich bin sehr darauf bedacht, Miss Crails Gefühle in dieser Sache zu schonen. Die kleine Carla, eine erwachsene Frau, es ist kaum zu glauben. Sie legt großen Wert darauf, alle Einzelheiten dieses traurigen Geschehens zu erfahren. Aber warum? Es wäre besser, das alles zu vergessen. Das sagen Sie, Mr. Blake, weil Sie die Vergangenheit genau kennen. Miss Crail dagegen weiß nichts, sie kennt das Geschehen nur aus den öffentlich zugänglichen Akten. Das arme Kind, was für ein Schock, und an diese herzlosen Prozess Berichte. Richtig, es kommt gerade auf die Dinge an, die nicht in den Akten stehen. Die Gefühle, der Charakter der Akteure in diesem Drama, die mildernden Umstände. Poirot hielt inne, und der andere setzte wie auf ein Stichwort ein. Das ist es, wenn es je mildernde Umstände gegeben hat, dann in diesem Fall. Amyrs Crail war ein guter Freund, aber sein Verhalten war offen gestanden empörend. Das mag natürlich daran liegen, dass er ein Künstler war. Aber sehen Sie, kein anständiger Mann hätte auch nur für einen Augenblick ein solches Verhalten in Erwägung gezogen. Sie haben recht, kein wohlerzogener Mann von Welt hätte sich so verhalten. Ja, aber der springende Punkt ist, dass Amyrs kein gewöhnlicher Mann war. Für ihn kam seine Malerei immer an erster Stelle. Ich habe diese Künstler nie verstanden. Für Crail hatte ich ein gewisses Verständnis, weil ich ihn schon meinen Lebtag kannte. Er war ein erstklassiger Maler. Die Folge davon war allerdings, dass er, wie soll ich sagen, ein unausgeglichener Mensch war. Wenn er an einem Bild arbeitete, war alles andere unwichtig. Blake sah Poirot fragend an und dieser nickte. Sie verstehen, was ich meine. Nun, dies erklärt auch, warum diese Situation überhaupt entstehen konnte. Er war in das Mädchen verliebt, er wollte Frau und Kind ihretwegen verlassen, aber er wollte unbedingt erst das Bild vollenden und machte sich offenbar nicht klar, dass diese Situation für die beiden Frauen völlig unhaltbar war. Hat eine von ihnen denn Verständnis für seine Haltung aufgebracht? Elsa bestimmt, denn sie war völlig begeistert von seiner Malerei, aber die Situation war natürlich nicht einfach für sie und Caroline er zögerte. Caroline habe ich immer sehr gern gehabt. Es gab eine Zeit, als ich aber die wurden schon im Keim erstickt. Trotzdem blieb ich ein ergebener Freund. Schon um ihretwillen müssen sie sein Verhalten doch abgelehnt haben. Gewiss, ich habe Krayl deswegen sogar Vorhaltungen gemacht. Wann war das? Am Tag davor, bevor alles passierte. Sie waren alle bei mir zum Tee. Ich nahm Krayl beiseite und sagte ihm, dass wenn er Elsa wirklich heiraten wolle, hätte er sie nicht ins Haus bringen dürfen. Das sei für Caroline eine unerträgliche Kränkung. Und was antwortete er ihnen? fragte Poirot. Er sagte, Caroline müsse das schlucken. Keine sehr mitfühlende Antwort. Das war einfach abscheulich. Ich wurde wütend und sagte zu ihr schluss.